Bei der Macht von Greyskull, wir sind die wilden Hörer André, Jörn und Björn, der Podcast, bei dem wir über die Hörspielabenteuer der Masters of the Universe aus dem Europa Verlag sprechen und sie nochmal rezensieren, nachdem wir sie mit dem Gehör eines Erwachsenen nochmal gehört haben. Ja, aber wir sind ja jetzt auch erwachsen. Ja, jetzt sind wir gewachsen. Also wir sind jetzt in unseren 30ern. Zum ersten Mal, genau. Seit der letzten Aufnahme. Ja, jetzt sind wir erwachsen. 30. Wir sind jetzt in den 30ern und nähern uns schnellen Schrittes dem Ende dieser tollen Reihe. Also es ist die 30. Ausgabe, das Zepter der unendlichen Macht. So schnell war ich noch nie. Und wir befinden uns immer noch im Jahre 1987. Das Buch ist von H.G. Francis, die Regie von Heike-Diene-Körting. Und wir haben es dieses Mal mit dem längsten Hörspiel der gesamten Reihe zu tun. Biest. Folge 16, Nacht über Castle Greyskull wurde abgelöst. Circa 50 Minuten und 30 Sekunden geht diese Folge. Ich dachte erst, es wäre ein Schreibfehler. Ein wahres Biest von einer Folge. Das stimmt. Und wenn wir uns so die Kassette in die Hand nehmen und uns anschauen, was uns da auf dem Cover erwartet vom Zepter der unendlichen Macht. Was würdet ihr sagen, wie sehr passt das zu dieser Folge? Ich dachte, du fragst als erstes, was glaubt ihr fehlt am meisten? Zepter? Die Vase? Hat Hordak Durchfall? Oder Herzprobleme? Also ich würde jetzt erst mal sagen, das ist das falsche Cover, was die mal genommen haben. Ich hätte jetzt gedacht, dass sie einfach gedacht haben, naja, Hordak hatten wir noch nicht so oft, Leech hatten wir noch gar nicht. Jetzt nehmen wir mal neue Figuren, damit ihr nicht mal die gleichen zwei Figuren da vorne drauf haben. Aber ansonsten bin ich bei euch. Beide kommen in der Folge vor, aber das war es dann auch so richtig viel. Die teilen sich keine Szene. Und jetzt hat man, man hat ja oft so diesen einfach beigen Hintergrund. Hier hat man wirklich irgendeine Ortschaft genommen. Ich würde sagen, die Wüste der Zeit. Ja, wo sich aber Leech überhaupt nicht befindet. Also das ergibt nicht so wirklich viel Sinn. Ich weiß nicht, was mit dem Cover passiert ist. Aber findet ihr nicht, dass es so aussieht, als ob Hordak sich irgendwie so einen Rülpser noch ausdrücken will, rausklopfen? Der schlägt sich irgendwie auf die Brust und hat so einen richtig, also der Gesichtsausdruck von Hordak, der sieht doch wirklich aus, als ob er gerade irgendwelche Herzprobleme hat. Nee, Hordak sieht so aus, als wäre er irgendwie auf so einem Emo-Chor-Konzerten kurz davor, in die Wall of Death zu gehen, von seiner Körperhaltung her. Der hat jetzt recht Bock, hier so richtig Provo zu tanzen. Und bei Leech ist ja wohl eindeutig die sehr steife Figur abgezeichnet. Ja, absolut. Mit den Saugnäpfen auch so richtig und das Saugmaul. Also in sämtlichen Comic-Varianten oder auch bei Filmation sah Leech ja sehr viel geschmeidiger aus. Und auch so ein bisschen, ich finde, der linke Arm wirkt so ein bisschen noch dran gequetscht, damit er ganz ins Bild passt. Ja, stimmt, das stimmt tatsächlich. Als ob er tatsächlich gebrochen wäre da unten, als ob da nochmal ein Gelenk drin wäre. Sieht wirklich sehr komisch aus. Ja, also nicht das beste Cover, was wir hier jemals hatten. Überhaupt nicht. Ich muss echt gestehen, ich finde sogar tatsächlich, das ist eines der schlechteren Cover. Also das gefällt mir gar nicht. Das sieht wirklich sehr, sehr komisch aus. Gut, dann kommen wir nochmal zum zweiten Teil der Kassette und zwar zum Klappentext. Und der lautet wie folgt. Skeletor, der Herr des Bösen, hat das Zepter der Macht erlangt. Endlich ist es ihm gelungen, König von Eternia zu werden. Er genießt es und lässt sich feiern. Doch dann geschieht etwas Schreckliches. Eine todbringende Sonne rast mit ungeheurer Geschwindigkeit heran. Eternia ist dem Untergang geweiht. Selbst He-Man sieht keinen Ausweg mehr. Er legt das Zauberschwert aus der Hand. Solide, ne? Also so in den ersten Teilen, was ich finde. Ich sehe ein sehr kritisches Jörn-Gesicht. Ja, ich auch. Das Erste, was ich sehe, ist halt, dass das unendlich beim Zepter der Macht fehlt. Aber das wird wahrscheinlich einfach aus Platzgründen gestrichen worden sein, gehe ich mal von aus. Wobei Skeletor sagt ein paar Mal in der Folge auch immer, das Zepter der Macht. Ja, aber das Einzige, was mich wirklich daran stört, ist der letzte Satz, weil He-Man halt das Zauberschwert nicht aus der Hand legt, sondern tatsächlich nimmt Skeletor ihm das ab. Ja, und gibt es ihm einfach wieder. Genau. Also bei diesem Klappentext, ja, ich muss die Thematik jetzt aufbringen, weil es hier reinkommt. Wir haben ja jetzt hier eine sehr lange Folge und ich glaube, man hat hier sogar ein bisschen die Chance vertan, das in zwei Handlungsstränge über zwei Kassetten zu erzählen. Ja. Ich finde nämlich auch, was hier wieder erzählt wird, es geht um das Zepter der Macht, wenn ich mir die Hülle und den Titel ansehe. Aber hier wird schon wieder auch dieser Handlungsstrang reingemacht, der viel, viel später kommt. Und da hätte ich gesagt, okay, wenn ich das alles jetzt schon in den Klappentext reinschreibe und man weiß jetzt eigentlich schon, was dann mit Skeletors Herrschaft passiert, da würde ich sagen, warum hat man, wenn man da noch so einen Handlungsstrang reinpresst, der das Zepter der Macht dann gar nicht als das Finale angibt, und warum macht man, warum hat man hier nicht zwei Folgen draus gemacht? Das hätte ich richtig gut gefunden in dem Fall. Und das ist eine Sache, die mir hier total auffällt. Und ja, was André gesagt hat, mit dem Schwert aus der Hand legen, ja. Ich finde den Satz eigentlich, um Spannung zu erzeugen, als letzten Satz finde ich es eigentlich ganz cool. Wenn man hier gesagt hat, ihm wird das Schwert abgenommen, ja, wäre besser gewesen. Und hier ist die Reihenfolge auch nicht ganz richtig, weil das Schwert wird ja schon, bevor die todbringende Sonne mit hoher Geschwindigkeit angerast kommt, abgenommen. Ja, da bin ich mir gerade unsicher, das wäre mir gleich eine Rezension nochmal sehen, wo ich es mir aufgeschrieben habe. Ich glaube, das geht ziemlich einher, weil die von der Zauberin und von der Station, glaube ich, nee, von der Zauberin zurückkommen, ne? Ja gut, die wissen da noch nichts von der schwarzen Folge. Ja, die werden entwaffnet in Eternis und da denke ich mir, okay, da ist das mit der Reihenfolge nicht ganz richtig. Es ist nicht, ah, jetzt gebe ich das Schwert aus der Hand, weil hier die Sonne angerast kommt, sondern es ist vorher. Und hier ist man ein bisschen durcheinandergekommen mit dem Text. Grundsätzlich finde ich sogar diesen letzten Satz, um Spannung zu erzeugen, ganz gut. Wenn man denn jetzt anders formuliert hätte, mit He-Man wird das Schwert abgenommen. Ja, das ist schon rein dramaturgisch, ist das ganz gut. Gut, ich wollte nochmal darauf Bezug nehmen, was du eingangs gesagt hast. Das ist natürlich richtig, man hätte da zwei Handlungsstränge draus machen können, aber das beschreibt ja jetzt nicht den Klappentext. Also ich finde, der Klappentext passt schon ganz gut zu der Folge, wie wir sie haben. Ja, aber dann erzählt er schon wieder sehr, sehr viel. Ja, aber das haben wir häufig. Ja, genau, aber das ist auch häufig ein Kritikpunkt und den kann ich ja jetzt nicht ablegen, nur weil wir es schon oft gehabt haben. Ich finde tatsächlich auch, dass der Klappentext eigentlich so ziemlich die ersten 40 Minuten des 50 Minuten Hörspiels beschreibt. Also der nimmt eigentlich alles raus, was da schon drin ist in diesen 40 Minuten. Ja gut, dann kommen wir doch einmal zu den Sprechern dieser Folge. Da haben wir als Erzähler Horst Naumann, wie immer, bei den Helden Adam, He-Man, Norbert Langer. Wir haben Jochen Sernd als Cringer und als Battlecat, der ist zum ersten Mal seit Folge 26 als Cringer und Battlecat wieder unterwegs. Ähnlich haben wir eine Mietze. Orkos schwerster Stunde. In Folge 28 ist er kurz mal fremdgegangen, war einer der Monsterkämpfer, Skeletors Roulette. Das war Bantua. Jetzt ganz, ganz feste ans Herz fassen, vielleicht Taschentücher zur Hand nehmen. Das ist das letzte Mal, dass Jochen Sernd als Cringer auftritt in dieser Hörspielreihe. Tila, Monika Gabriel, Orko Matthias Grimm, Manet Arms, Karl Walter Dies und die Zauberin ist Gisela Trove. Das war es auf Seiten der Helden. Dann haben wir bei den Evil Warriors Skeletor Peter Passetti. Das war es bei den Evil Warriors. Und dann haben wir noch von der wilden Horde Hordak Erik Fesen. Der ist auch das erste Mal seit der Folge 23 die Zauberrüstung als Hordak zurück. Ey, das ist so krass, das kommt mir überhaupt nicht so lange her vor. Ja, also er war ja mal kurz in Folge 28 in Skeletors Roulette auch als Tang Leisure zuhören. Ja, das stimmt. Und ja, ich finde es auch ein bisschen komisch, dass er so lange nicht zuhören war, obwohl er ja in der letzten Folge eigentlich so dieses diabolische Wesen war, was über einen Plot schwebte. Aber er war nicht dabei. Als Leech habe ich euch Beate Hasenau aufgeschrieben. Leech steht nicht im Inlay der Kassette. Also der oder die Sprecherin ist unbekannt. Ich habe versucht, das zu recherchieren. Da gibt es viele Ideen, wer das denn sein könnte. Es gibt eine Internetseite, die nennt sich die Hörspielforscher, die mir empfohlen wurde von vieler Seiten, dass die doch schon sehr, sehr gut nachforschen. Und die haben sich darauf versteift, dass Beate Hasenau-Lied spricht. Ich kann das von meiner Seite aus nicht verifizieren. Die Stimme ist sehr verzerrt. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass es eine weibliche Stimme ist. Also ich war überrascht. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es jedenfalls nicht erkannt. Ich habe auch hinterher nochmal darauf geachtet, nachdem ich das gelesen habe, habe ich jetzt noch nicht so einen richtig eindeutigen Fingerzeug. Ich würde vermuten, das ist so eine Saugnopf-Kreatur, die da spricht. Vielleicht hat Leech sich selbst gesprochen. Leech als himself. Ja, Beate Hasenau hatten wir in der letzten Folge schon dabei. Da hat sie eine Eternia-Ringe gesprochen. Bekannt besonders als Sprecherin bei den Golden Girls. Das hatten wir ja schon beim letzten Mal. Das hatten wir beim letzten Mal, genau. Dann auf Seiten der Snakeman niemand. Und wir haben noch weitere Charaktere. Zum Beispiel einmal den Offizier der Königlichen Leibwache, nämlich Koras. Der wird von Alfred Rücker gesprochen. Und Alfred Rücker ist bekannt geworden, besonders zu DDR-Zeiten im Polizeiruf, als Polizeimaster Lutz Subras. Er verließ 1979 dann die DDR und ist in die BRD ausgewandert. Und ist dann seit 1981 beim NDR aktiv. Und ist besonders bekannt für NDR-Radiohörer als Nachrichtensprecher auf NDR 2. Er war mehrfach Erzähler bei der Hörspielreihe auch aus Europa, Holle Honig. Und wird nochmal in einer anderen Folge zu hören sein, wenn auch nicht im Vordergrund. Ansonsten hat er Europa-Erfahrung nur vereinzelt in anderen Hörspielen. Zum Beispiel in Asterix hat er mal mitgesprochen. Aber nie so richtig und ist auch sonst nicht im Synchrongeschäft groß unterwegs. Als Wache haben wir Joachim Richard, der war vorher Stratos und war zuletzt in Folge 18, Meckerneck und das Erbe des Grauens zu hören. Und ich finde es ganz witzig, dass er hier als Wache dabei ist, weil in diesem Hörspiel auch nach langer Zeit mal wieder Stratos überhaupt erwähnt wird. Und da habe ich mich tatsächlich schon immer gefragt, ob vielleicht mal geplant war oder Stratos mit im Plot stand und man den rausgestrichen hat, aber Joachim Richard schon engagiert hat. Weil es wäre nämlich vielleicht sogar logisch gewesen, dass er mit später auf der Weltraumstation ist. Aber dann hat man das vielleicht gestrichen, auch aus Zeitgründen, weil man die 50 Minuten mit sehr vielen anderen Dingen verplempert. Ich wollte es gerade sagen, es ist richtig schade, weil ich hätte gerne Stratos gehört, mal wieder dabei gehabt. Und da fallen mir sehr viele Dinge ein, wo man in diesen 50 Minuten noch Platz hätte schaffen können. Ja, definitiv, mir auch. Und ja, ich finde es cool, dass er dabei ist. Sehr, sehr schade, dass er so lange nicht dabei war. Und auch schade, dass er nicht als Stratos in Aktion treten darf. Er ist tatsächlich auch das letzte Mal hier zu hören. Ja, als Monsterkämpfer als weitere haben wir wie in den letzten Folgen eigentlich allzu häufig Stone Down Rockon wieder als Seitenwechsel drin. Nämlich Lothar Grützner und Stefan Krasinski sprechen wieder mit auf Monsterseite. Ja, die jubeln ja auch ein bisschen. Ja, dann kommen wir doch einmal zur Zusammenfassung der Story. Das Hörspiel beginnt mit dem gewohnten Heldenthema und wechselt dann zur Musik des Bösen. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass man nicht nutzt, wie man das früher häufig gemacht hat, dass es direkt mit der Musik des Bösen beginnt und das Heldenthema wegtilgt. Das hätte ich mir nämlich echt gewünscht. Und weil, also das hat auch den Hintergrund, weil ich das sehr klassisch finde, weil das oftmals gemacht wurde, wenn es sofort mit Skeletor beginnt. Und ich finde auch, dass wir sehr, sehr klassisch eingeführt werden. Denn der Erzähler, darauf bin ich gerade gar nicht eingegangen, beim Klappentext. Wir hatten nämlich schon sehr lange nicht mehr einen Klappentext, um das kurz nochmal wieder herbeizuführen. Der sagt, Skeletor, der Herr des... Und dann fängt der Klappentext an. Und genau so ist es heute beim Erzähler auch in diesem Hörspiel. Der sagt nämlich auch, Skeletor, der Herr des Bösen, befand sich in geradezu ausgelassener Stimmung, als Hordak zu ihm kam, der Anführer der wilden Horde. Ja, und das finde ich ganz cool. Das wurde schon länger nicht mehr so gemacht. Und ja, Hordak kommt zu Skeletor und ist ein bisschen überrascht, denn Skeletor hat seine letzte Niederlage gegen He-Man sehr schnell überwunden. Ja, ich bin auch ein bisschen überrascht. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen überrascht. Die beiden scheinen nämlich wieder BFFs zu sein, in Best Friends Forever. Da hat Skeletor seinem alten Lehrmeister wohl genug Vernunft am Ende der letzten Folge eingebrüllt. Er sagt sogar, aber Hordak, mein Freund. Ja. Vielleicht haben die sich gegenseitig auch irgendwelchen billigen Tant geschenkt. Vielleicht. Vertragen sich jetzt wieder. Ich finde es ein bisschen schade, dass darauf überhaupt nicht eingegangen wird. Ich fand es mega schade. Also wenn wir hier jetzt so einen sehr, sehr unterwürfigen Hordak gehabt hätten, der aufgrund der letzten Geschichte eben diese Unterwürfigkeit auch zeigt. Und da hätte man später so viel mit spielen können, zu einer Stelle, wo wir ja noch hinkommen wären. Ja, das stimmt. Ich weiß jetzt schon genau, welche Stelle du meinst. Ja, Hordak fragt sich, warum sein ehemaliger Schüler sich so freut. Und der hat etwas Fantastisches entdeckt, was Hordak nie erraten wird. Das größte Geheimnis des Universums. Und als Hordak fragt, ob er weiß, wie man He-Man besiegen kann, fragt Skeletor zurück, wie man nur so kleingeistig sein kann, an He-Man oder Eternia zu denken. Ich liebe ihn. Ich denke mir da wiederum, ja, ich finde das auch ganz cool, was er da sagt. Aber ich denke mir tatsächlich, komisch, denn mit seinem Plan, den er jetzt ausgeheckt hat und dem, was er gefunden hat, versucht er ja nichts anderes, als He-Man zu besiegen. Ja, genau. Aber als Skeletor so reagiert, habe ich auch direkt so gedacht, kaufen Sie kein Reihenhaus, kaufen Sie einen Vorort und herrschen dort als glücklicher Warlord. Ja, das Zepter der Macht, er sagt da nämlich auch nur, das Zepter der Macht liegt vor ihm. Hordak hält das für Humbug, immerhin liegt es in einer Grotte auf irgendeinem Planeten und niemand weiß genau, auf welchen Planeten und wo diese Grotte ist. Und vorhin hat Hordak schon mit vielen Leuten darüber gesprochen, auf jedem Planeten, auf dem er war. Ja, Hordak hat ja versucht, schon viele Planeten zu erobern. Aber ich muss dazu sagen, mir gefällt das wie, ich meine, das ist ja jetzt ein neues Artefakt, was man vorher nicht kannte. Und das muss jetzt etabliert werden, als, ja, das ist dieses mächtige Ding, mit dem Skeletor jetzt die Macht erlangen will. Und ich finde, durch den Dialog wird sehr schön getragen. Ja, das macht man sehr gut. Dass man, dass dieses Zepter etabliert wird. Und ich finde, die ganze Einleitung, jetzt mal abgesehen, klar, du hast jetzt gerade dieses eine Logikding hervorgehoben, was dann vielleicht nicht so viel Sinn ergibt. Aber grundsätzlich finde ich diese Einleitung sehr, sehr gelungen, um mir als Zuhörer zu vermitteln, ah, das ist dieses krasse Artefakt, was auch scheinbar irgendwie bekannt ist, aber war nie so groß im Thema, weil man eh dachte, man kann nie drankommen. Und das wird sehr, sehr gut gemacht in dieser Einleitung. Das stimmt, ja. Also ergänzend nur zu dem, was Björn gerade schon angedeutet hat, dass es nicht so richtig passt, ist dann halt einfach, ich finde es so ein bisschen antiklimaktisch, dass es dann heißt, ja, ich habe es rausgefunden, ist hier auf Eternia, direkt um die Ecke. Ja, das ist dann so. Genau, das stimmt. Das Zepter soll in der Grotte der schwarzen Sonne liegen, so sagt Hordak. Aber niemand weiß, wo diese Grotte liegt. Und selbst wenn es jemand wüsste, so könnte er sie doch nicht betreten. Und da finde ich Passetti ganz gut. Ach nein, wirklich nicht. Nein, niemand weiß, wo Skeletor. Skeletor, hast du etwa herausgefunden, wo die Grotte der schwarzen Sonne ist? Ja, ja, genau. Das habe ich. Ich mag diesen Dialog tatsächlich sehr. Ja, wo es sich aufhält auf Eternia. Und das weiß er, weil er von Merman eine Scheibe bekommen hat, die dieser auf dem Meeresgrund fand. Und weil die beiden ständig im Clinch liegen, wollte er sich damit versöhnen. Er dachte, die Scheibe wäre ein Schmuckstück. Und ohne zu wissen, welch Wissen in seinen Händen lag, überreichte er es dann Skeletor. Und der hat mit dem Computer die Scheibe, also mit dem Computer, er sagt, der Computer, nicht mit einem Computer, sondern mit dem Computer, die Scheibe analysiert. Und der Fall ist klar, die Scheibe stammt von einem großen Drakon, der die Grotte geschaffen und von Grauen erfüllt wieder verschlossen hat. Und da habe ich mich gefragt, was haben Skeletor und Merman eigentlich für eine Beziehung? Dass Merman irgendwie auf dem Boden des Meeresgrunds irgendeinen billigen Tant findet und sich denkt, oh, ich kann mich mit Skeletor mal wieder vertragen. Das hilft mir bestimmt. Ich schenke ihm das mal, was ich für völlig nutzlos halte, weil ich weiß ja, wie gern er sich mit Scheiben kleidet. Skeletor mag halt Bling Bling. Ja, Scheiben mag. Ja, man hätte das auch geschickter machen können, dass Merman schon irgendwie gemerkt hat, dass da was Mächtiges dran ist. Grundsätzlich finde ich, ja, er verfolgt seine eigene Agenda und ich finde immer auch fürs Worldbuilding ganz schön, dass man jetzt Figuren, die gar keine große Rolle spielen, die aber in dem Universum eine wichtige Rolle spielen, weil es so einfach mit reinbringt und dass Skeletor der Herr des Bösen ist und Merman jetzt einfach so unterwürfig ist und dieses Artefakt, was er gefunden hat, ihm gibt, um in seiner Gunst zu steigen, finde ich grundsätzlich eine gute Idee. Ja, aber er wusste es ja nicht. Also wenn man es so gemacht hätte, wäre es gut gewesen. Oder wenn er auch nicht, also wenn er es nicht gewusst hätte, wenn er sagt hätte, ich habe hier was, da ist irgendwas, entweder um sich Skeletor unterwürfig zu zeigen und sich wieder auf seine gute Seite zu schenken oder ihm das zu geben und sagen, du, ich weiß nicht, was das ist, vielleicht finden wir es zusammen raus oder irgendwie so, oder hilf mir. Genau, würde ich sogar erste Option besser finden, weil Merman keinen Text hat. Dass es wirklich nur darum geht, Skeletor erzählt es ja auch, ah ja, du weißt ja, wir haben immer diese Probleme und er hat mir das geschenkt und da hätte ich das tatsächlich ganz gut gefunden, aber ich finde trotzdem schön, dass er erwähnt wird. Ja. Ja, nachdem Hordak sagt, dass Drakon die Grotte nach Grauen wieder verschlossen hat, sagt Skeletor Grauen, alles Unsinn, es geht um die Macht, es ist die Grotte der Macht. Ist das, wo er sagt, dummes Gewäsch? Sie ist hier auf Erden, ja gar nicht weit entfernt, von uns in den Mystic Mountains und wie kommt man da hin? Ja, sie ist in einem Vulkan, da hat Skeletor die entdeckt und Hordak ist sich nicht so sicher, ob das jetzt dem weiterhilft, wenn sie in einem Vulkan ist, weil da kann man ja nicht hin, weil flüssige Lava davor babert, aber Skeletor war schon da und die Glut sinkt gerade, der Grottenschlund liegt frei und er will warten, bis sich der Vulkan an dieser Stelle etwas abgekühlt hat. Und eins kann man sagen, es gibt keine Seismologen auf Eternia, die haben so krasse Computer, die irgendwelche Artefakte entschlüsseln können, aber Hordak sagt noch, so ja, der kann immer ausbrechen, nein, der bricht schon nicht aus. Das war Skeletor nicht so wichtig, der hat halt den Wahn dann in dem Moment. Das sind Astrocomputer, die können nur Weltraum. Aber hat euch das auch verwirrt, was eigentlich der Auftrag von diesem Drakon war? Also scheinbar hat der Drakon ja irgendwie das Zepter schon mal in dieser Grotte gefunden und hat sich vor Grauen wieder verschlossen. Ich habe das so verstanden, dass er die Grotte erschaffen hat. Er hat die Grotte erschaffen, noch nicht mal das Zepter, sondern er hat die Grotte erschaffen und hat sie dann vor Grauen selbst wieder verschlossen. Der kam halt an einen gewissen Machtpunkt und konnte es nicht ertragen und das hat ihm so sehr Angst gemacht, dass er es lieber zugemacht hat, damit keiner in Kontakt mit dieser Macht kommt. Der ist im Gegensatz zu Skeletor ist er sich seiner Fehler bewusst geworden. Ja, Hordak macht sich also Sorgen, dass er die Grotte gar nicht betreten kann, aber Skeletor wischt es einfach weg. Er wird die Grotte betreten, er wird sich das Zepter holen und die Sonne wird zu einem Leuchtfeuer werden. Mit ihrem Licht wird sie alle Wesen im Universum zeigen, dass ich der neue Herrscher bin. Ja, und mit düsteren Musik wechseln wir dann zum Königspalast. Ich fand noch eine Sache schön, die Skeletor sagte, als Hordak dann irgendwann einfach nur fragt, wie kommen wir denn da hin, antwortet Skeletor. Aber jetzt sprichst du die Sprache, die mir gefällt. Ja, das ist richtig gut. Ja, Jörn hat schon vorweggenommen, bevor wir überhaupt mit diesem ganzen Szenario zu Ende sind, hat schon gesagt, wie es ihm gefällt. Das wäre nämlich meine Frage eigentlich an euch. Wie gefällt euch dieser Anfang? Weil ich finde ihn sehr, sehr klassisch, was schon mal ganz gut ist. Wir bekommen nämlich einen Plan, der ist einigermaßen klar. Ich finde sogar, dass wie Jörn auch schon sagte, dieses Artefakt, das wird sehr gut eingeführt. Und ganz oft haben wir einfach so gegebene Dinge, aber hier wird wenigstens so ein bisschen über die Geschichte darüber geredet. Man kann sich das vorstellen. Was mir aufgefallen ist, und das fällt mir im weiteren Verlauf dieser Folge auch noch weiter auf, da habe ich vorher noch nie drüber nachgedacht. Aber dadurch, dass Skeletor und Hordak so Kumpel sind, habe ich ein bisschen das Gefühl, dass diese Folge schon viel länger produziert wurde und viel älter ist als ganz viele Folgen, die wir in letzter Zeit gehört haben. Das ist eine spannende Idee. Und tatsächlich eher sowas wie Folge 19 wäre, kurz nachdem Hordak nämlich aufgetaucht ist. Weil Hordak und Skeletor sind irgendwie so frisch Kumpel. Und in genau dieser Zeit lag nämlich der letzte Mermen-Streit, auch den wir nämlich auch schon seit über zehn Folgen nicht mehr gehört haben. Mermen war halt in dieser Hordak-Trilogie, in der Hordak das erste Mal auftaucht, war dieser Streit zwischen Mermen und Skeletor. Und Hordak rettet Skeletor aus einem Vulkan. Genau. Was ist denn da los? Also ich bin tatsächlich auch über diese Mermen-Geschichte gestolpert, weil Skeletor ja zu Hordak sagt, du weißt, es gab in letzter Zeit. Und ich finde, in anderer Reihenfolge wird das vom Plot her viel mehr Sinn machen. Also ich finde es unglücklich, dass die jetzt nach dem ewigen Feuer erschienen ist. Wäre das zum Beispiel Folge 19, wird das nie zur Debatte stehen für uns. Dass das irgendwie komisch ist. Das stimmt. Und ich habe das Gefühl, dass sich so vor allem so ab Folge 23, 24 so ein bisschen ja auch immer die Plots sehr gewandelt haben. Und wir sind hier so super klassisch, wie es bis zu Folge 20 hin war. Immer mit dem Beginn, Skeletor, der Herr des Bösen. Man fängt im Snake Mountain an, Gespräch zwischen dem Bösen, Plan wird offeriert, dann die Bezugnahme auf Mermen. Ich kann es nicht verifizieren, es ist einfach nur ein reines Gefühl von mir. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Folge auf Halde lag und schon lange vorher produziert wurde. Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, aber es wird noch dadurch erhärtet, dass die Folge ja in der Tat auch andere Folgen noch an weiteren Stellen referenziert. Ja. Also die werden ja tatsächlich auf alte Folgen verwiesen und das haben wir bisher nicht so häufig gehabt. Das stimmt. Das stimmt. Naja, im Königsschloss spazieren Adam und Cringer. Die Musik ist ungeschehen, wenn die ungeschehen sind. Ja. Der Kater ist hungrig. Bei der Musik weiß man gleich, dass jetzt Adam und Orko kommen. Meinst du nicht? Dit, 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 ja. Der Kater ist hungrig und auf dem Weg zur Küche hören sie alle meine Entchen und wundern sich, wer dafür verantwortlich ist. Cringer ist es egal, dass wir das zu weltlich finden und hat nur einen leckeren Fisch im Kopf. Er stellt sich heraus, dass Orko am Cembalo spielt. Orko meint, dass es verhext wäre und nicht trolanisch klingt. Er spielt ohne seine Hände und nur mit Magie. Ja. Adam möchte aber nicht, dass er zaubert, weil die Ohren der Eternianer nicht empfänglich für trolanische Musik sind. Ah, er ist nur Musiker. Orko pfeift drauf und das Cembalo und zaubert und das Cembalo geht dann mit Hänschenklein steil. Und das sind so zwei Sachen wieder. Einmal alle meine Entchen und dann Hänschenklein. Ich finde das so doof. Und das ist so richtig so ein blöder, alberner Kleinkinderhumor. Ja. Vor allem, da sind wir nämlich auch wieder bei klassischen Folgen. Orko. Ja. Da schränkt auch direkt der Orko-Counter an. Der war sehr zurückgezogen in letzter Zeit immer und hier fällt man so mit der Orko-Tür ins Haus wieder rein und macht wieder so Sachen wie ganz früher und dann wirklich Hänschenklein und alle meine Entchen zieht mir irgendwie raus. Was das Ganze auch noch ein bisschen merkwürdiger, sage ich mal, macht, dass Hänschenklein läuft und dann sagt Orko, das ist trolanische Musik. Ja, er meint aber trolanische Musik in dem Fall, weil das so schnell läuft. Ja, aber es ist trotzdem, das ist so dieser Gedanke, den ich hatte, okay, vielleicht gibt es irgendwelche Lieder, die wir in verschiedenen Welten einfach haben. Das ist wie beim dunklen Turm. Vielleicht, vielleicht hatten wir aber auch schon mal ein paar Trollaner auf der Erde und die haben uns überhaupt erstens den Kleinen beigebracht. Sollten wir mal Erich von Däniken fragen. Ja, das ist wie Hey Jude beim dunklen Turm, so ist das einfach. Aber ich habe sofort wieder die Planierraupe aus Ja, ich auch. Der Baum der sterbenden Zeit und die Badehose und sowas. Das sind so Dinge, die brauche ich im Masters of the Universe Hörspielen nicht. Und ich finde, dass diese Szene richtig schlimm ausgewalzt wird. Du hast es gerade schon gesagt, es ist zwei von diesen nervigen Stücken und das zweite wird noch mal nerviger. Das ist ja dann, ich meine, da kommst du gleich zur Auflösung der Szene. Das ist dann fast schon wohltuend, dass die dann aufhört. Ich habe tatsächlich einen Brückenschlag, wenn du nervig sagst. Tila kommt dazu. Und Tila ist tatsächlich auch wieder so wie in den alten Hörspielen, das hatten wir nämlich auch schon länger nicht mehr, wieder direkt im Bulli-Modus. Sie hat nämlich schreckliche Neuigkeiten und die will sie nur mit He-Man teilen und sie drängt darauf, zu wissen, wo er ist. Als Adam mitteilt, dass er es nicht weiß und sie es ja auch ihm sagen könnte, da geht Tila nämlich richtig steil. Sie sagt nämlich dir, Adam, du interessierst dich doch höchstens für romantische Gedichte und für den Duft der Blumen. Wo ist He-Man? Worauf Adam mit dem Zitat der Folge für mich antwortet, keine Ahnung, vielleicht ist er geplatzt. Einfach so. Ich finde Tila in dieser Szene, du sagst, ja, sie ist ein Bulli-Modus und wir hatten das schon. Ich finde Tila in der Szene und auch in der nächsten, wo er als He-Man ankommt, besonders bösartig. Ich finde die... Ja, wir haben schon wieder vergessen, wie böse sie war. Tila nämlich auch. Also Tilas Verrat nicht zu weit hinten. Also sie geht wie der alte Muster. Und ich fand Tila sehr unangenehm. Also sogar für ihre Bulli-Verhältnisse von älteren Folgen dachte ich mir, oh ja, da waren wir ein bisschen drüber mit den Dialogen. Ich bin da, ich bin da ein bisschen genädiger mit ihr eigentlich. Zum einen kann sie nichts dafür, sie hat sich halt die Nase mit Gips gepudert. Da kriegt jeder schlechte Laune. Oh, Counter Nummer zwei. Nee, aber zum anderen, ich fand das jetzt hier nicht so schlimm, weil das hat so ein bisschen transportiert, dass sie halt tatsächlich gerade gestresst ist oder nicht gestresst, sondern dass sie halt diese Bedrohung schon harnt und dass sie jetzt halt schnell He-Man sucht. Ja, aber das macht sie ja eigentlich immer, wenn sie He-Man sprechen will. Ja, aber jetzt ist das schon so eine akute Gefahr. Vor allem hat sie ja gleich noch, da kommt mit leicht zu, ja noch was viel Schlimmeres, finde ich, über Elm zu sagen, wo es noch nicht mal sein müsste. Also entzürnt, erzürnt, zieht sie von Dunn und Orko, klärt uns dann auch wieder wie in den klassischen Hörspielen darüber auf, dass Tila das Geheimnis von He-Man ja gar nicht kennt und zum Glück erinnert er uns nochmal daran, nach den vielen Folgen habe ich das schon ganz vergessen, ihr wahrscheinlich auch, aber Adam ist He-Man. Wer? Cringer battelt derweil weiter um Fisch, bekommt aber nur die Verwandlung im Battle Cat und kurz vor der Verwandlung hält Orko noch fest, dass Tila gesagt hat, dass es erst losgehen wird. Das heißt, heißt, dass wir noch Zeit haben, richtig? Adam findet die Bemerkung von Tila nämlich auch eigenartig, also deshalb so dringend kann es gar nicht sein. Ja, das stimmt. Genauso wie ich es auch eigenartig finde und er verwandelt sich in He-Man, um mehr zu erfahren und mit dramatischer Musik wechseln wir das Szenario und mir kommt es dann auch so vor, als ob die Folge schon lange vor den letzten 10 produziert wurde, so wie ich es gerade gesagt habe. Die ist den ersten nämlich viel ähnlicher als die letzten. Erst das Hordak-Gespräch, Bulli-Tila, dass wir das dann, dass wir nicht wissen, was das Geheimnis ist. Ich finde es generell ganz gut. Was mir nicht gefällt, ist der Orko-Spaß mit der erdischen Musik. Das zieht mich dann etwas runter. Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, bevor du die Verwandlungsszene verlässt, ist eins meiner Lieblingszitate der Folge, weil wir haben endlich wieder einen richtig wütenden Battle Cat, der sich ja verwandelt und direkt ruft, was ist los? Wo kann ich kämpfen? Ja, da komme ich gleich zu. Also das Problem ist schon beim Wechsel gewesen, das ist noch in der Szene. Ja, es kommt erst die Musik und der Erzähler erzählt dann noch, dass das passiert gerade. Ja, ja, aber gut. Sehr, sehr schönen Begriff gleich. Dann tut es mir leid. Aber insgesamt, um das nochmal ein bisschen zusammenzufassen, auch wenn der Kampftiger nicht ganz so schlimm ist, mir fällt zu der Szene immer etwas ein, was uns ein Hörer mal zugeschickt hat, nämlich der Dennis und der hat irgendwann mal geschrieben und ich finde das ganz gut für die ganze Szene, auch weil es so klassisch ist, wenn du glaubst, Orko ist cringe, Battle Cat ist Cringer. Und Battle Cat ist auch sofort im Kampfmodus und ohne zu wissen, ob der Herr des Bösen verantwortlich ist, will er schon Skeletor zerreißen, so wie André das gerade auch sagte. Genau, das ist der Begriff, der nicht aufgesinnt hat. Endlich geht es voran. Jetzt wird gekämpft. Aber ich finde auch gut, dass er die ganze Zeit ruft, wo Skeletor ist, die sind ja noch im Schloss. Aber ich mag das halt. Ich verstehe das jetzt so, dass du es nicht so gut findest. Ich mag diesen wütenden Battle Cat, der direkt irgendwie in den Kampf will, finde ich, gerade so als Kontrast zu Cringer, finde ich das richtig schön. Und gerade wenn ich jetzt höre, dass Cringer zum letzten Mal auftritt, dann ist ja jetzt so dieser Kontrast zwischen dem nüllenden Cringer und dem wütenden Battle Cat. Aber also das Wording, was du jetzt auch gerade, dass er zerreißend sagt, das sind so Sachen, die fallen mir als Kind jetzt gar nicht unbedingt so auf. Und ich denke so, wow, ich musste, ja, da musste ich einmal kurz auspusten, als ich das nochmal gehört habe. Was ist da los? Zusammen suchen sie Tila, die sich laut Orko wahrscheinlich bei Manet Arms in der Waffenkammer befindet. Und warum eigentlich nicht in der Werkstatt? Also zieht sich Manet Arms manchmal in die Waffenkammer zurück und blättert so durch seine Illustrierte. Warum Waffenkammer? Ah, diese neue Keule, die wollte ich mir schon einmal zulegen. Tatsächlich gehen sie dann auch in die Waffenkammer und man hört das Gehämmer wie aus der Werkstatt. Also eigentlich sind sie in der Werkstatt. Ja, in der Waffenkammer kann man doch aus seiner Waffen auch Fand aber die Herleitung ganz gut. Das war nicht so plöpp. Also und jetzt sind wir in der nächsten Szene, sondern die sagen schon, die sind auf der Suche. Wie finden wir sie jetzt? Und dann den Hinweis von Orko finde ich jetzt gar nicht mehr so verkehrt. Klar, Waffenkammer, Werkstatt, mhm, mhm, mhm. Aber fand ich gut. Orko macht dann Witze über Adam, nachdem sie Tila nämlich dort dann auch antreffen, dass nur He-Man dabei ist, weil Adam keine Gefahr sieht. Was Tila spöttisch quittiert, nämlich mit dem, das sieht ihm ähnlich, er ist zu feige zum Kämpfen und wenn die Törner eines Tages und Flammen aufgehen sollte, wird er zur Harfe greifen, um ein Lied darüber zu singen. Ja, und dann auch die Betonung, was ist, also was stimmt denn nicht mit der Frau? Ja, da stellt sich halt direkt eine Frage. What the Tila? Ja, Orko treibt es dann auf die Spitze und fragt, ob Tila einen Waffenschein für ihre spitze Zunge hat. Ja, in dem Fall muss ich aber sagen, da würde ich auch keinen Orko-Counter nehmen, weil das Orko ihr da jetzt einmal so einen Spruch drückt für ihre Bösartigkeit, kann ich echt nachvollziehen. Ja, ich habe da auch drüber nachgedacht, aber ich habe ihm trotzdem einen Orko-Counter. Das ist meine Nummer drei, dafür lasse ich ihn hinterher nochmal. Okay, also da war ich voll auf Orkos Seite in der Szene. Ja, Tila will dann auch sofort los und He-Man, der fühlt sich richtig gut gebrieft und fragt nämlich, was Skeletor damit zu tun hat, obwohl der Name noch gar nicht gefallen ist oder irgendwas darüber. Man in Arms glaubt nicht, dass der Herr des Bösen etwas damit zu tun hat und zusammen gehen sie auf die Terrasse und mit Schweißerbrille ausgestattet, schaut He-Man in die Sonne, das würde er niemals ohne machen, denn das ist schlecht für die Augen, liebe Kinder. Das war so ein Mr. T-Moment. Ja. Ich finde auch gut, dass du von Kindern sprichst, weil ich habe das auch so notiert, mit so einer A nochmal einmal für die Kinder, nicht direkt in die Sonne schauen. Finde ich gut. Die Sonne ist unruhig, pausenlos werden gewaltige Massen aus ihr herausgeschleudert. Siehst du es? Irgendwas geschieht mit der Sonne und ich fürchte, es ist nichts Gutes, glaubt Tila. Was? Was ich ganz witzig finde, weil im weiteren Verlauf der Story hat diese Eruption auf dieser Sonne überhaupt gar nichts mit der Story zu tun, weil es ist ja noch eine andere Sonne, um die es dann eigentlich geht. Also diese Sonne scheint ja eigentlich ganz normal zu sein. Wahrscheinlich haben wir das erste Mal reingeguckt. Ja. Dazu habe ich später, weit später tatsächlich noch was zu sagen, was mich wirklich irritiert. Ja, von der Weltraumstation aus wollen sie sich die Sonne noch einmal ansehen, doch bevor sie losziehen, kreischt der Adler der Giganten vom Himmel und ruft nach ihnen. Das bedeutet natürlich kryptische Infos, die man sich lieber nicht entgehen lassen sollte. Und somit macht man sich mit den Jet Sleds auf nach Castle Greyskull, denn die Sonneneruptionen bleiben nicht ohne Wirkung auf die Maschinen. Durch die Ausbrüche sind sie starken kosmischen Strahlung ausgesetzt. Viele Maschinen fallen aus. Das wird mit den Jet Sleds nicht passieren. Sie sind entsprechend geschützt, sagt man mit Abends. Soll ich mal was dazu sagen? Das finde ich irgendwie cool. Echt? Also jetzt, auch wenn man wenn man jetzt gar keine Vorstellung hat von den Raumschiffen oder dass die jetzt vielleicht nicht so dem entsprechen, was die eigentlich sind. Ja. Aber dass man hier sagt, ah, warum nehmen wir das nicht? Das, die haben sich da jetzt irgendwie selber was dann dabei ausgedacht. Aber warum, warum ist das denn nur bei den Jet Sleds so? Ja. Kann es vielleicht einfach nur dran liegen, dass die neu im Regal waren? Ja. Ja. Ich finde es nämlich eher komisch, dass die beiden. Ich finde es auch total schräg. Wenn man nicht abends das bei denen einbaut, warum baut er das nicht bei allen anderen ein? Ja, weil die waren noch nicht so weit. Die sind ja normalerweise dieser Strahlung nicht ausgesetzt. Aber dass man hier so ein bisschen diese Beschreibung... Warum ausgerechnet die Jet Sleds... Ja. Ich glaube, wir haben den gleichen Gedanken. Warum ausgerechnet die Jet Sleds, die keine Kuppel haben, warum sollte man die gegen Strahlung schützen, wo man dann selbst verstrahlt wird, während man da drin sitzt? Da haben die halt eine Kuppel. Das wusste er beim Schreiben doch nicht. Die hatten sich einfach irgendwelche Raumschiffe und denken sich, okay, das ist jetzt bei dem Raumschiff so. Es wäre tatsächlich sehr viel sinnvoller gewesen, aber natürlich nicht im Sinne von Mattel, wenn er an der Stelle gesagt hätte, nee, die Elektronik von Blasterhawk, die verpackt das nicht. Die Jet Sleds sind so simpel, denen macht das nichts. Ja. Und scheinbar... Das sind Mopeds. Scheint ja später auch mit dem Talentfighter alles in Ordnung zu sein. Naja, das ist ja was anderes. Während Orko und Battlecat dann vor der Burg die Stellung halten, geht der Rest in Castle Greyskull hinein und dort treffen sie auf eine bleiche und verstörte Zauberin. Und die sagt, Skeletor greift nach der Macht. Er hat die Grotte der schwarzen Sonne gefunden und betreten. Für He-Man ist sofort der Fall klar, er muss das Zepter der Macht haben. Was ja bedeutet, dass es große Folklore auch auf dem Turnier ist. Also die wissen ja Bescheid. Die Zauberin weiß nichts davon, fürchtet es aber auch, da die Sonne unruhig ist. Skeletor hat sich in schrecklicher Weise geirrt. Er glaubt mit dem Zepter die unendliche Macht zu erringen. Und He-Man fragt auch wieder, also hat er es jetzt? Naja, also in den Legenden heißt es, dass mit dem Zepter unendliche Macht verbunden ist, die nur durch eine schwarze Sonne beendet werden wird. He-Man fragt, du glaubst, das könnte schon bald geschehen? Das müsst ihr klären, sagt die Zauberin. Es ist der einzige Weg, Skeletor aufzuhalten. Da frage ich mich tatsächlich, was ist der einzige Weg? Es zu klären? Oder ich verstehe nicht, was sie sagen will tatsächlich. In dem Moment. Also sie erzählt nur, eine schwarze Sonne ist der einzige Weg, um Skeletor aufzuhalten. Aber das müsst ihr klären. Hä? Ja, aber sie weiß es ja auch nicht. Warum auch. Ja. Du hast es gerade schon so angedeutet, wieder wirre Informationen. Und genau das, ich meine, dafür steht sie mit ihrem guten Namen, die liefert sie auch wieder ab. Ich finde, für ihre Verhältnisse, also sie sagt auch sehr häufig in dieser Szene, sie weiß das oder das nicht. Und so konkret wie hier, ist sie noch nie gewesen. Also da gebe ich das echt. Sie sagt wirklich, ihr müsst jetzt das machen, ihr müsst das klären, ich weiß das nicht. Und das und das ist die Legende. Und sonst kommen ja immer die mega kryptischen Dinge, wo man gar nichts verstehen kann, wo der Charakter das einfach so herausfindet. Aber trotzdem ist es ja auch so, also die verstehen das ja auch nicht. Also Tila steht ja genauso auf dem Schlauch, wie wir als Zuhörer. Sie sagt es ja sogar, ja wo soll man eine schwarze Sonne hernehmen und wie soll man Skeletor damit bekämpfen? Weil das, was die Zauberin sagt, hat ja auch eigentlich nichts mit dem Plot zu tun, weil die schwarze Sonne ist ja die Gefahr und nicht dafür, um Eternia von Skeletor zu befreien. Und wirkt sie auf euch, hört sie sich für euch bleich und verstört an? Hört sie an wie immer. Ja, finde ich auch. Ja. Wer auch ein bisschen skeptisch der ganzen Sache gegenübersteht, ist Man at Arms. Weil der glaubt ja auch gar nicht so richtig, finde ich. Also er wirkt so richtig Zweifel und sagt, glaubst du wirklich, der hat das Zepter? Glaubst du wirklich, die Sonne, oder das mit der Sonne hängt mit dem Zepter zusammen? Das ist so witzig, weil die Zauberin darauf auch immer nur antwortet, ja ich weiß es nicht. Stattdessen schickt sie jetzt die Meute zu den Sternen hinauf, zur Lösung des Rätsels und Man at Arms hält dann fest, warum diese Szene in meinen Augen nämlich komplett sinnlos ist. Ja, das ist ja eigentlich genau das, was wir vorhatten. Das ist das beste Zitat der Folge, finde ich, was er sagt, blickt zu den Sternen auf, so ganz kryptisch und Man at Arms und das macht Karl Walter Dies halt einfach so richtig schön. Ja, also das ist eigentlich genau das, was wir ohnehin schon vorhatten. Also richtig so, oh Mann, Zauberin, nervlich. Da hat man doch jetzt wirklich mal ohne Scherz fünf Minuten von diesen 50 Minuten komplett verschwendet, oder? Weil die hatten sowieso vor, zu dieser Sternwarte zu fliegen, dann kreischt der Adler, um denen zu sagen, flieg zur Sternwarte. Die wissen nichts aus dem, was gesagt wird. Das Einzige, was jetzt noch als Info reingetragen wurde, ist, dass Skeletor gegebenenfalls dieses Zepter haben könnte, was He-Man dann hat gesagt, oh, also habt ihr dieses Zepter. Die harte Info, die kommt, ist ja tatsächlich, dass die schwarze Sonne diese Macht beenden wird. Genau, aber all das ergibt sich sowieso jetzt, weil die fliegen jetzt nämlich zurück erstmal nach Eternis und stellen fest, hey, Skeletor hat so ein Zepter in der Hand und der marschiert gerade auf dem Palast zu und keiner greift ihn an. Und da ist man sich nämlich dann direkt sicher, verdammt, der hat das Zepter der Macht und wir können nichts mehr machen. Die wollen sofort weiterfliegen, doch im Fangstrahl, wie im Besta eine neue Hoffnung-Manier, zieht die Jet-Sleds heran und die Helden wirken bei dem ganzen Gespräch jetzt auf den Jet-Sleds total teilnahmslos, finde ich. Es ist aus mit unserer Freiheit. So sagt man nicht abends das tatsächlich. Ihr Götter, warum habt ihr das zugelassen? Götter, warum habt ihr das zugelassen? Ich hab Depri at Arms geschrieben. Also ich find ihn mega gelangweilt, also Karl Walter-Dies klingt da echt gelangweilt. Also das hat er schon wesentlich besser gemacht. Fatalistisch ist er einfach, das soll das ausdrücken. Als sie landen, wartet dann bereits ein teuflisch grinsender Skeletor auf sie und He-Man beschließt zu kämpfen. Alle anderen Giganten, die werden nämlich alle da genannt, Ram-Man, Roboto und Co. Ich hab auch nochmal aufgeschrieben, wie Tila einfach jeden aufzählt. Die haben ihre Waffen abgelegt und Skeletor möchte dann, dass He-Man vor ihm sich auf die Knie wirft. Doch He-Man möchte nicht. Er ruft die Macht an, doch es tut sich nichts und Skeletor verhöhnt ihn auch noch. Wo ist deine Wacht? Wo ist sie? Dein Arme ist schwach. Du kannst nicht einmal mehr dein Schwert heben, denn die Wacht habe ich. Ja, Skeletor will dann den Thron besteigen und lässt von seinen Kriegern die Waffen abnehmen. Also unter anderem auch das Zauberschwert und mit dramatischer Musik wird uns dann beschrieben, wie die Trooper der Horde sie umringen und ihnen die Waffen abnehmen. Keine Gegenwehr unserer Helden erfolgt, weil ihnen die Kraft fehlt. Und Skeletor lässt dann wieder den 60er-Jahre-Batman-Villain raushängen, nimmt seine Gegner nicht gefangen, sondern geht einfach ins Schloss und lässt sich krönen. Das habe ich auch überhaupt nicht gerafft und das macht auf so vielen Ebenen keinen Sinn. Erstmal, dass du jetzt sagst, er ist dieser Batman-Bösewicht, der einfach sagt, ja macht mal, ihr werdet schon nichts herausfinden. Und zum anderen, wie Skeletor jetzt, selbst wenn diese Folge schon Folge 19 gewesen wäre, ob es jetzt 36 Folgen oder 18 Folgen etabliert ist, müsste doch Skeletor Rache-Gelüste an He-Man haben. Absolut. Das ergibt wirklich auf zwei so großen Ebenen keinen Sinn, was hier passiert, dass er die da einfach rumherstreifen lässt. Das hat mir auch gar nicht gefallen. Ja, selbst für unsere Helden gibt es keinen Sinn. Selbst die sind verwundert, dass sich niemand um sie kümmert. Ja, He-Man erklärt das ja dann. Ja, und als einzige Möglichkeit sehen sie dann, das zu lösen, was die Zauberer meinte. Und mit einem Talonfighter, als ob es mehrere geben würde, wollen sie zur Weltraumstation, die sich in einer Kreisbahn um Eternia bewegt. Und Orko beamt sich schon mal zum Point Dread, dem Stützpunkt des Talonfighters. Also gibt es wohl doch nur einen. Damit dann alle dorthin fliegen können. Und ja, ohne Gehinder zu werden, hauen die Giganten ab und fliegen dann mit dem Talonfighter los. Ich finde, eine Sache ist noch schön, dass jemand geschrien hat, nein, Skeletor, nein! Das macht Norman Langer ganz schön. Ja, das stimmt. Das machen wir weiter. Aber das ist ja genau das, was du gerade schon angesprochen hast. Der Talonfighter ist offenbar auch geschützt. Also damit kann man dann schon fliegen. Ja, aber da müssen die ja erst hin. Die anderen Sachen waren ja vor Ort in der eigenen Werft. Nee, es geht darum, wegen den Eruptionen, dass der Talonfighter fliegen kann. Ja, aber da müssen sie erst zum Point Dread, um den zu... Ja, aber die Maschinen funktionieren vom Talonfighter. Darauf will André hinaus. Nicht, dass sie da hingehen, um damit fliegen zu können. Ja, Thieler und He-Man halten fest, dass sie beide noch nie auf der kosmischen Beobachtungsstation waren. Und Manet abends meint, dass außer ihm auch öfter Mastratos vorbeischaut, damit die beiden da einen heben können. Ach, du meinst den Herrn der Sonnenwinde? Den Herrn der Sonnenwinde. Und ich finde das ganz schön, dass Stratos da mal wieder erwähnt wird. Und bei dem Anblick von der Station aus auf den Planeten sinniert Thieler darüber, dass Eternia der schönste Planet im ganzen Universum wäre. He-Man gibt recht, wenn da doch nicht Skeletor wäre. Ich habe dahinter mal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das schon die Stelle ist, wo wir den Exkurs machen, ob Eternia wirklich der schönste Planet ist, was wir von Eternia so wissen. Da habe ich mal so ein bisschen drüber sinniert. Was haben wir denn schönes auf Eternia? Die Mystic Mountains. Den Weinjongel, die Mystic Mountains, die Wüste der Zeit. Dann die lachende Brücke, das ist eine Sehenswürdigkeit. Da kommen alle, alle To the Friends. Die White Zone, dann haben wir Snake Mountain, dann haben wir Castle Greyskull. Ist so abwechslungsreich. Ja, aber ist das alles wirklich schön? Klar, das ist grün, gelb, blau. Aber die sehen es ja jetzt aus einer ganz anderen Perspektive und da ist Tila einfach ergriffen von der Ästhetik. Du hast auch auf der Erde, ich meine, mitten in der Sahara lebst, ist es auch nicht so schön, aber wenn du auf dem Mond bist, Neil Armstrong hat sich sicherlich gedacht, boah, ist die Erde wunderschön. Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Ich finde diesen Moment eigentlich sogar ganz nett, weil er so einen kurzen Bruch einmal reinbringt und ein bisschen Charakterisierung bringt, außer, Adam, der Feigling, der nur Harfisch spielt und ich fand den Moment eigentlich ganz okay. Ja, gut, Tila macht ja nochmal irgendwie einen ziemlichen Wandel durch in der Folge im Vergleich zu der bösartigen Tila. Ja, aber ich fand trotzdem, also Eternia zwar als den schönsten Planeten. Vielleicht kommt der hinterher auch nochmal. Zumindest der Abwechslungsreich. Horst Norman kommt hinterher auch nochmal damit. Also er bezieht sich wahrscheinlich dann wirklich einfach nur auf das, was Tila sagt, aber trotzdem. Manet Arms macht dann auf die ganz normale Eternische Sonne aufmerksam und Orko findet sie entsetzlich. Es sieht so aus, als würde sie bald explodieren. Und ich frage mich tatsächlich, warum die Sonne jetzt schon zum zweiten Mal so im Mittelpunkt steht, weil die überhaupt keine Rolle für den weiteren Plot spielt. Also dass da irgendwas mit der Sonne ist, wird nie wieder erwähnt, dass das so ist. Und plötzlich verschlägt es dann Manet Arms ganz die Sprache. Seht die Sterne dort. Es sind genau zwölf Sterne. Sie bilden einen Kranz. Was ist mit ihnen? Fragt Tila. Sie stehen viel enger beieinander als sonst. Sie sind näher aneinander herangerückt. Wie schön. Sie lieben sich und sie glauben sich gegenseitig. Und sie lieben sich gegenseitig. Meint Orko. Und falls André es noch nicht erwähnt hat, bin ich mir ziemlich sicher, er hat es ja schon erwähnt, dass er schon ultra viele Punkte auf dem Orko-Counter hat. Ich habe ihn an dieser Stelle tatsächlich davon kommen lassen. Okay. Ja, Manet Arms findet das jedenfalls katastrophal. Die Sterne haben sich noch nie bewegt. Irgendetwas unvorstellbar Kräftiges hat sie gepackt und gegeneinander verschoben. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, den ich ganz komisch und schlimm finde. Plötzlich steht die Zauberin neben denen, die sonst nur in Adlerform Castle Greyskull verlassen kann. Und wie das möglich sei, wird auch nicht erklärt. Die sagt einfach so, ach ja, keine Zeit jetzt. Das ist jetzt unwichtig. Genau. Und da hätte es doch auch echt elegantere Möglichkeiten geben können. Telepathie zum Beispiel. Oder vielleicht eine komplette Szene zu ändern. Und zwar, wenn die schon in Castle Greyskull waren, warum zeigt sie es nicht über Castle Greyskull TV? Wenn die schon Drohnen mit Infrarotkameras hat, wird sie doch auch einen Satelliten haben. Im Schloss waren sie ja eh schon. Und wie wir später erfahren, hat sie tatsächlich einen. Ja, laut Zauberin ist etwas an den Sternen vorbeigeflogen, was viel stärker ist als die Sterne selbst. Es ist eine Sonne, die die Zauberin auf einem Bildschirm zeigt, nachdem sie die Teleskope ausrichtet. Also Technik hat sie auch drauf. Es ist eine schwarze Sonne zu sehen und sie rast auf Eternia zu. Wenn sie auf Eternia prallt, sind alle verloren. Knapp zwei Wochen hat man noch Zeit. Was ich aber ähnlich unverständlich fand wie das Auftauchen der Zauberin. Also Erko ist nicht wirklich vergleichbar, aber das ist nämlich der nächste Orko-Counter. Als Manet Arms sagt, solange ich denken kann, haben diese Sterne sich nicht bewegt, antwortet Orko, ja, das ist ja erst wenige Minuten. Warum? Ja, keine Ahnung. Was soll das? Und dafür hat er einen dicken Orko-Counter gekriegt. Naja, mit schauriger Musik macht man sich dann auf den Weg nach Eternis und will Skeletor überzeugen, das Zepter wieder niederzulegen. Himmel und sein Team werden aber nicht durchgelassen, um den Herrn von Eternia zu überzeugen, denn der feiert natürlich gerade. Und vor dem Palast streiten sie sich dann mit Leech, dem Saugmonster. Der will sie nicht hereinlassen und meint, dass sie nichts mehr dort zu suchen hätten. Himmel lässt sich aber nicht abwimmeln und bekämpft Leech, indem er ihn auf eine Vase setzt. Und Leech sagt auch noch, du wagst es, mich auf diese Vase zu setzen, dafür werdet ihr bezahlen. Und jetzt mal, ich habe keine Vorstellung davon, wie das überhaupt funktioniert. Warum ist der irgendwie eingeschränkt, weil der auf eine Vase gesetzt wird? Vielleicht hat er im Gesäß auch einen Saugmatt und kommt dann nicht mehr runter. Der ist nur 50 Zentimeter groß und dann kommt er da nicht mehr runter. Also ich fand die so willkürlich geschrieben, in der Szene. Ist euch das aufgefallen? Ich meine, die Reihenfolge passt noch nicht mal. Ich glaube, Leech beschwert sich schon, dass er auf der Vase sitzt, bevor Orko überhaupt gezaubert hat. Ja, er wird ja auch von Himmel auf die Vase gesetzt. Das wird sogar gesagt. Orko sorgt nur dafür, dass er irgendwie fest auf der Vase bleibt mit dem Zauber. Ich habe da auch keine Vorstellung von, aber Himmel bekämpft ihn und setzt ihn auf die Vase. Das wird auch so erwähnt. Und dann zaubert Orko nochmal, dass er von der Vase nicht wegkommt. Und ohne, dass man da ja eigentlich irgendwas sehen könnte, sind alle überzeugt davon, oh, Orko hat es geschafft, super. Ganz überzeugt sind sie ja trotzdem nicht, weil sie Battle Cat da lassen, der ihn bewacht. Das wird nicht doch wieder runterkriegen. Den ich schon in der Szene übrigens voll vergessen hatte. Ach ja, Battle Cat ist ja auch noch dabei. Also diese Vase-Sache, das finde ich super strange. Warum knockt er den nicht aus? Vor allem, ich musste so herbe lachen. Also es ist auch, vor allem so, wie es gesprochen wird, finde ich, ist das so ein großartiges Zitat. Lasst mich frei. Ich will nicht auf dieser Vase sitzen. Ja. Was? Was redet er da? Ja, keine Ahnung. Also ich, diese ganze Szenerie finde ich, finde ich ganz, ganz strange. Naja, dann ziehen sie durch den Kies. Man hört immer so, wirklich so Kies-Geräusche, während Leach weiter flucht. und von der Vase runter will. Vielleicht mit dieser Vase. Ich habe halt überlegt, weil Leach hört sich ja schon so ein bisschen unheimlich an. Also das ist so, von all den Monstersprechern, die wir hatten, fand ich, ist das so mit das Monsterhafteste, was wir bisher hatten. Und dann habe ich gedacht, dass mit der Vase, weil das so blöd ist, weil das so blöd albern ist, mit der Vase, vielleicht sollte das dann das Ganze abmildern, damit das nicht zu unheimlich wird. Könnte vielleicht sein. Ich glaube, der war betrunken. Ich finde es irgendwie ein bisschen komisch. Aber zu betrunken habe ich was ganz Gutes. Die lassen nämlich den Saugkumpan zurück. Und im Palast treffen sie dann auf Koras, einem Offizier der königlichen Leibwache. Und Tila möchte, dass die gesamte Leibwache versammelt wird. Doch Koras verneint dies. Selbst wenn er möchte, kann er nicht, denn Skeletor hat die Macht. Und da ist Tila erst voll vorwurfsvoll, hat dann aber auf einmal schnell Verständnis, weil sie ja auch selbst durch Skeletors Macht nicht das Schwert gegen ihn erheben kann. Und Koras führt sie dann doch zum Herrn von Eternia. Dieser befindet sich im kleinen Musiksaal. Manet Arms findet das ziemlich amüsant. Und es kommt einem Wunder gleich seiner Aussage nach, dass er im kleinen Musiksaal sitzt. Ja, und im Saal hört man dann Skeletor und seine Gefolgschaft ausgelassen feiern und der Knochenkopf begrüßt die Ankömmlinge gleich. Ich fand diese kleine Musiksaal-Geschichte etwas irritierend, weil das passt so gar nicht ins Bild. Man würde doch erwarten, dass das Skeletor, wenn er sich jetzt gerade vor dem Thronsaal sitzt. Ja, finde ich auch. Ich finde aber witzig, wie Skeletor He-Man verhöhnt, wo er ihn noch fragt, ob er auch noch ein Glas Wein haben möchte. Ja, genau. Das ist mega gut. Skeletor ist sowieso gut. Er sagt ja, He-Man, du kommst, um mir zu gratulieren, willst du ein Glas Wein mit mir trinken? Boah, das fand ich so gut. Das ist so, ah, das drückt schon wieder so viel aus. So, ah, He-Man, ich bin jetzt gerade oben auf und ich drücke dir diesen Spruch, komm, nimm dir noch ein Glas Wein, setz dich, fand es richtig gut. Ja, He-Man will ihm dann lieber von der Gefahr erzählen, noch Skeletor entgegnet, natürlich misstrauischen Hönig. Ja, ich verstehe und die Gefahr ist vorbei, wenn ich das Zepter der unendlichen Macht aus der Hand gebe. Oder, ja, auch die Monsterkämpfer lachen sich alle kaputt darüber und He-Man erzählt dann, He-Man, was für ein dummer Trick. He-Man erzählt dann von der schwarzen Sonne, ach ja, ist das wirklich so? Aber der Zusammenprall, der lässt sich vermeiden, nicht wahr? Ich brauche nur die Macht an dich und deine Freude zurückgeben. Ist es so? Ja, He-Man verzweifelt, dass es die Wahrheit ist, doch Skeletor hat gedug und lässt sich von den Wachen in den Kerker bringen und ich finde, das ist der beste Dialog in der ganzen Folge. Mir gefällt der richtig gut, weil, ja, es ist natürlich wie, wir können auch mal wieder was auf den Passetti-Counter hauen. Ähm, der ist wieder voll großartig hier, ne? Diese Art und Weise, wie er spricht und die Sachen betont und wie hämisch er ist und ungläubig und ich kann das auch voll nachvollziehen, dass der Charakter Skeletor sogar so reagiert nach der Story, die ihm da aufgetischert hat. Ja, sogar He-Man kann das nachvollziehen. Ja, ich weiß. Also, ne? Ja. Ist aber auch das Drumherum, also es ist nicht nur Passetti, es ist auch, ich finde, mit den Monsterkämpfern im Hintergrund. Die hören sich gut an, ne? Wie so Muppets diesmal. Genau, die hören sich gut an, man hat so eine richtig plastische Vorstellung davon, also außer, dass ich diesen kleinen Musiksaal, den habe ich einfach ignoriert. Für mich sitzen die wirklich im Thronsaal. Genau, also in dem Fall fand ich die Monsterkämpfer auch gut. In der Szene vorher, wo die so gejubelt haben, wo die Waffen abnehmen, so, das fand ich albern, aber hier in der Szene fand ich das auch gut gemacht und das unterstützt ihn. Vor allem, das sind nur zwei Sprecher. Die Stimmen sind wieder tiefer geworden, weil die sich wieder ordentlich eingeklüppelt haben mittlerweile oder so. Und es wirkt so, als wären da tatsächlich auch mehr als zwei Monsterkämpfer. Das ist gut gemacht. Ich habe manchmal das Gefühl, aber ich habe keine Bestätigung dafür gefunden, dass Jochen Sernd doch auch wieder unter den Monsterkämpfern ist, weil ich glaube nicht, dass es nur Rockon und Stone da sind, sondern dass da noch ein anderer Sprecher mit bei ist. Das hört sich für mich zumindest so an. Also der, für mich als Zuhörer, mir kommt es so vor, als wäre das wirklich ein gefüllter Raum, wo die sind. Das fand ich gut. finde ich auch gut gemacht. Ja, bis auf Orko, der sich wegbeamen konnte, werden unsere drei Helden eingesperrt. Vom Battlecat ist irgendwie nicht die Rede, dass er mit eingesperrt wird. Nee, der bewacht ja auch. der bewacht ja auch immer noch Leech. Natürlich, klar. Bis zum Ende der Folge. Du hast es gerade schon gesagt, He-Man kann Skeletor gar nicht verdenken, dass er ihnen nicht glaubt. Er glaubt es ja selbst kaum und verzweifelt diskutieren sie jetzt darüber, was sie überhaupt tun können und wie man die Sonne überhaupt besiegen soll. Eternia scheint verloren, wenn kein Wunder geschieht. Vielleicht wird die Sonne aufgehalten, wenn das Zepter wieder in die Grotte gebracht wird. Vielleicht aber auch nicht. Wer kann das schon wissen? Außerdem wissen sie nicht einmal, ob die Sonne wegen Skeletors Zepterklau überhaupt erst gekommen ist. Da frage ich mich, wie soll sie sonst erschienen sein? Ich dachte, durch die Prophezeiung wäre das jetzt klar. Thiel hat dann die Idee, mit Raketen darauf zu ballern. Und die diskutieren gefühlt. Darüber müssen wir lange reden. Das ist diese Raketensache. Also nicht nur die Raketen jetzt. Ich finde dieser ganze Dialog da in der Zelle, die diskutieren gefühlt 20 Minuten darüber, was klappt, was nicht klappt. Und ich frage mich tatsächlich, warum sind die eigentlich da hingegangen, um mit Skeletor zu klatschen, wenn sie jetzt, äh, zu quatschen, wenn die jetzt noch nicht mal eine Idee davon haben oder sich noch nicht mal sicher sind, ob das was mit dem Zepter zu tun hat oder nicht. Das ist so vergeudete Zeit. Aber auch deswegen, wie Manit Arms schlägt das ja vor und He-Man sagt dann, ja, ich glaube, das reicht nicht. Ja, also ich finde, das hätte man komplett streichen können. Wirklich alles, was die da erzählen, hätte man komplett streichen können. Also, Aber Thiel hätte nicht so viel gelernt. Das Ding, das Ding geht 50 Minuten und wir haben einmal das, dann hat man schon diese Castle Greyskye-Szene und ich frage mich tatsächlich, ob einfach nur der Plan war, ähm, Heike Diene, weißt du was, wollen wir mal das längste Hörspiel in der Masters of the Universe Reihe machen? Ja, klar. Ja, nee, also ernsthaft jetzt, das passt doch alles nicht. Das braucht man doch gar nicht. Und das gibt auch der Szene überhaupt nicht mehr Fülle. Vor allem auch, dass sie jetzt im Kerker sind. Skeletor lässt sie vorher die ganze Zeit passieren und er lässt sie ja erst in den Kerker werfen, weil er quasi genervt ist. Ja, ja. So, boah, das wiederum finde ich ganz gut. Die ganze Zeit lasst ihr euch hier rumlaufen. Boah, aber wenn ihr mir so auf den Sack geht, ab in den Kerker mit euch. So, und jetzt sind die in den Kerker. Das finde ich aber großartig. Das ist gut. Also, das finde ich auch ganz gut. Und also diese Raketensache finde ich am härtesten. Wirklich so, ja, da kommt eine Sonne auf uns zu, die schon andere Sterne verschoben hat. Dann schießen wir mit Raketen drauf. So, äh, What the Tealer? Was? Und dann, man, abends so, wir müssten, wenn Millionen drauf schießen, aber wir haben nur so zehn bis zwanzig. Das fand ich richtig geil an der Sache, dass das ganz Eternia so zehn bis zwanzig Raketen hat. Ja, und er ist der Waffenmeister und das sind schon nur bis zu zwanzig. Aber in der Szene, finde ich, ist er so ein bisschen, ist er weniger Waffenmeister als viel mehr Mansplained at Arms. Ja, aber. Tida, hast du eigentlich eine Vorstellung, wie groß so eine Sonne ist? Er ist immerhin ihr Ziehvater. Ey, und wenn man, wenn man so einen hohlen Take bringt, dann muss man auch, das ist egal, ob es Mann, Frau, die Konstellation spielt keine Rolle. Sie will mit Raketen auf ein riesiges schwarzes Loch schießen, um das, um das. Kein schwarzes Loch, schwarze Sonne. Ja, genau. Jörn, du hast einfach keine Vorstellung von schwarzen Sonnen. Das ist kein schwarzes. Nein, wie Man at Arms. Die haben wir, glaube ich, alle nicht. Wie Man at Arms wirklich feststellt, hat Tida, keine Ahnung, von schwarzen Sonnen keine Vorstellung davon. Ja. Apropos, keine Ahnung, Orko kommt dazu. Ach, ja, ja. Ja, scheinbar bewacht niemand die Gefangenen und es interessiert dann auch nicht, dass Orko sich einfach zu ihm beamen kann, obwohl die ja wissen, dass Orko beamen kann. Und Man at Arms möchte, dass der Zauberer sie befreit und der will es wieder mit einem Zauber natürlich versuchen. Doch He-Man macht ihn darauf aufmerksam, dass er doch nur den Riegel wegschieben muss. Und er lässt es sich nicht nehmen, das trotzdem mit einem Zauber zu machen. Jetzt mal ganz ernsthaft, was habt ihr für eine Vorstellung von einer Zelle? Also so Zelle in so Comic-Geschichten und gerade auch für Kinder sind immer Gitterstäbe, wo man durchgreifen kann. Und wenn das nur ein Riegel ist vor der Tür, warum greift denn keiner von denen durch und vor allem He-Man, der ja auch Kraft hat, macht einmal so mit so einem Fingerschnipp das Ding weg. Das wollte ich auch gerade sagen, wenn es wirklich nur dieses Vorbeischieben ist. Vor allem, weil es ja nicht, ich glaube, es wird nicht Zelle genannt, sondern Kerker. Und dann hast du noch sehr viel stärker dieser Gitterstäbe-Vorstellung. Ja, He-Man macht ihn dann darauf aufmerksam, dass der Riegel nur weggeschoben werden muss. Orko will natürlich trotzdem zaubern. Alle bitten ihn darum, ja, aber mach das alles leise hier. Und natürlich klappt es nicht leise und die Tür zerbricht. Stratos, der Verräter, kommt dann runter und will, dass die Tür wieder eingebaut wird. Ey, ey. Diese Wache. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Also das war doch wirklich, ne, also, ich will euch da nicht wieder einsperren. Ey, ihr habt die Tür kaputt gemacht, die baut ihr jetzt aber wieder zurück. Die Tür wieder einbauen und das lasse ich nicht durchgehen. Ich musste voll lachen, weil es das war. Das war echt so so oberlehrerhaft. Das ist so ein bisschen wie die Erzieherin im Kindergarten die Kinder gerade den Kuchen runtergeschmissen haben. Dass unsere Helden ja auch total rollmütig sind. Die sind ja auch eher so, ah ja. Ich sehe schon, ich hatte auch vor Augen, wie jemand das schon mit dem Schrauben ist. Was ich vor Augen habe, Obelix, Obelix, der die Tür öffnen soll und sich dann dafür entschuldigt, dass das passiert ist. Oder der einfach nur sagt, was denn? Ich habe doch nur die Tür geöffnet. Ne, die Tür klebe ich jetzt nicht nochmal zusammen. Hordak kommt dann ebenfalls dazu. Ich bin nicht dick, das sind nur kräftige Knochen. Hordak kommt dann ebenfalls dazu und ab dem Punkt, da denke ich mir dann tatsächlich, du hättest dir das doch jetzt wirklich alles komplett sparen können, was passiert ist, seitdem die in Kerker abgeführt wurden. Wenn man das jetzt so gemacht hätte, Hordak glaubt schon irgendwie, weil er scheint ja jetzt auch schon irgendwie dran zu glauben. Und Hordak glaubte schon irgendwie und geht sofort mit, um mehr zu erfahren. Denn der ist nämlich sehr empfänglich für die Sonnenstory. Er lässt sich von He-Man überzeugen und will mit ihm zur Beobachtungsstation fliegen. Der Rest muss so lange in Gefangenschaft bleiben. Man gewinnt auch den Eindruck, dass Hordak etwas gefällt, dass Skeletor nur kurz an der Macht bleibt. Zwei Wochen! Skeletor kann seine Macht nicht lange genießen, sagt er. An die Szene habe ich ja angespielt, als ich einmal vorher sagte, oh, da hätte man so viel mit spielen können, diese vorher noch mit einer Unterwürfigkeit und jetzt, jetzt, wo er unterwürfig ist und hat die Chance, Skeletor direkt von seiner Macht befreien, da hätte man so viel draus machen können. Macht Erik Felsen aber auch schön. Macht er schön, aber das Drehbuch macht da nicht so viel Schönes mit. Da hättest du Hordak so cool etablieren können vorher, um diese Szene auszukosten. Das stimmt, also das ist der eine Aspekt, den man hätte besser machen können und du hast ja gerade auch schon einen Alternativvorschlag gemacht. Ich hätte es sogar noch besser gefunden für die Dramaturgie, wenn die wirklich erstmal in den Kerker geworfen wären und nicht diese komische Rätselraten für den Plan machen, sondern wenn die halt wirklich dann so verzweifelt gewesen wären, wenn die gesagt hätten, so jetzt ist es zu Ende, hier kommen wir nicht mehr raus, weil wir haben keine Kraft mehr und dann kommt Hordak und ist dann plötzlich die unerwartete Hilfe. Genau, das hätte ich auch tausendmal besser gefunden als alles, was uns hier präsentiert wurde. Also da hätte man wirklich viel draus machen können. Naja, auch Orko fällt auf und erwähnt die Eifersucht Hordaks und zehn Stunden später werden Mennet abends und Tila aus dem Kerker befreit. Sie kommen, sie bekommen dann ihre Waffen wieder und treffen im Thronsaal auf Hiemen und Hordak. Warum eigentlich? Ja, weil sie sich jetzt schon alle, Hordak hat das wohl befohlen scheinbar, würde ich jetzt mal sagen, weil Skeletor kann es ja nicht sein, er wird ja jetzt erst überzeugt. Bin ich aber auch ein bisschen drüber gestolpert. Ja, muss man sich selbst ausdenken. Eigentlich müssten sie, wenn überhaupt die Waffen jetzt nach dem Gespräch erst bekommen. Genau, finde ich nämlich auch. Ja, entsprechend muss ja Hiemen auch schon sein Zauberschwert bekommen haben wieder. Also Hordak macht dann Skeletor klar, dass jetzt alle zusammenarbeiten müssen. Die Gefahr ist für alle da, egal ob sie König sind oder Bettler. Und durch Hordak lässt sich Skeletor, finde ich auch, und durch Hordak lässt sich dann auch Skeletor überzeugen und der Herr des Bösen kann einem fast schon ein bisschen leid tun. Das darf nicht wahr sein. Endlich bin ich König von Eternia, sagt er. Und dann passiert das alles, ja, Hiemen macht ihm dann klar, Team Skeletor. Dass Skeletor selbst daran schuld ist, aber der sieht die Schuld bei Hiemen, der ihm immer die Macht verwehrt hat. Ja, aber das war nur ein kleiner Scherz von ihm, denn er sagt dann auch, ja, ja, ich weiß, du hast recht, glaub mir, es tut mir leid. Auch die Monsterkämpfer möchten, dass das Zepter zurückgebracht wird. Laut Skeletor ist das aber nicht mehr möglich, weil der Vulkan wieder rumort. und er sagt auch, der Vulkan rumort, er ist voller Unruhe, es kann jede, er kann jede Sekunde ausbrechen. Glaubst du, ich gehe jetzt noch einmal in die Grotte? Aber er macht schnell einen wahren Helden in ihren Reihen aus. Eman soll es nämlich machen. Und er sagt auch noch, schließlich bin ich der König und ich befehle es. Ja, vorher sagt er noch, ich? Warum denn ich? Das finde ich mega gut. Ich finde auch noch gut, was jetzt noch passiert, Tila bezeichnet dann Skeletor als feiglich und der sagt nur, hüte deine Zunge, Tila. Das will ich nicht hören. An der Stelle habe ich mich noch mal sehr über den Herbert Georg Francis gefreut. Das ist so ein schöner Dialog, den er da geschrieben hat. Total. Und dann natürlich einfach auch Pasetti auf den Leib geschrieben. Wie geil er den spricht, das ist der Hammer. Ja, He-Man lässt sich dann breitschlagen und zusammenfliegen sie zum Vulkan. Skeletor zeigt ihm die Grotte. Ich finde komisch, nachdem He-Man Bedenken geäußert hat, ob das überhaupt ausreicht und das später auch noch mal thematisiert wird, wird das jetzt gerade gar nicht thematisiert. Ja, was haben die denn sonst als Möglichkeit? Ja, aber trotzdem soll er jetzt da stehen und sagen, nee, ja, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, das Ding hinzubringen. Aber er könnte es zumindest irgendwie adressieren. Du hast schon recht. Das kommt auch später noch mal in einer anderen Szene, wo man sich dann die gleichen Fragen stellt. Sie machen jetzt hier, kommen wir gleich zu. Ich finde es vielleicht, ich weiß nicht, hast du es bewusst nicht erwähnt, dass Skeletor ja dann tatsächlich auch irgendwie so ganz patzig sagt, ich will aber nicht. So wie so ein kleines Kind. Diesen Satz habe ich sogar auch aufgeschrieben, ich will aber nicht. Ich will aber nicht. Ich bin ein König. Das ist viel zu gefährlich für einen König. Das finde ich richtig schön. Nee, aber um kurz auf das noch mal einzugehen, was Jörn jetzt gerade gesagt hat, vielleicht blende ich das auch einfach aus, weil ich halt diese Zweifel schon so blöd finde und in meinem Kopf findet die Szene nicht statt und Horak geht direkt mit runter und redet mit denen darüber. Weil das eigentlich im Verlauf halt keinen Sinn macht. Nee, tut es auch nicht. Es ist halt es ist halt mal gesagt worden. Ja, ja, es stimmt. Es wurde gesagt, aber andererseits kann ich jetzt auch verstehen, dass man es nicht aufbringt, weil die haben ja eh nichts anderes, was sie machen sollen. Ja, He-Man lässt sich dann breitschlagen und zusammen fliegen sie dann zum Vulkan. Skeletor zeigt ihm die Grotte und möchte dann, dass He-Man das Zepter wieder hineinbringt und He-Man will mit Man-at-Arms dann los und zusammen, habe ich erst den Eindruck, steigen sie in die Grotte, aber scheinbar fliegen sie, denn der Vulkan macht Geräusche, weil er kurz vorm Ausbruch ist und ich habe erst gedacht, die Vulkangeräusche hören sich eher so an, als ob ein Flugzeug über deinen Kopf fliegt. Also es hört sich tatsächlich an, so dieses Aber das ist gar nicht der Vulkan, denn scheinbar sind die mit einer Mischung aus Flugzeugen und Helikopter unterwegs und fliegen dann nämlich in den Vulkan rein und du hörst dann auch wirklich so Rotoren vom Helikopter, so dieses während die landen und kochend heiß ist es dann auch in der Grotte, darin ist eine schwarze Kugel mit einer eisernen Hand, die als Halterung für das Zepter ausgemacht wird. Das muss ich auch mal, das habe ich mir extra notiert, weil das fand ich richtig cool, ich mag solche Beschreibungen und das passt dir ja auch so ein bisschen, sie wird ja auch genannt, die Grotte der schwarzen Sonne und die Sonne spielte ja auch schon irgendwie eine Rolle und dass man hier auch noch extra beschreibt, dass da diese Hand ist, wo eine schwarze Kugel die Sonne symbolisieren soll ist, solche Sachen gefallen mir. Genau, also das wird ja gar nicht erwähnt erst, dass das die Sonne symbolisieren soll, He-Man erkennt das ja, der sagt ja sogar noch mal abends halt, das ist die schwarze Sonne. Das fand ich auch ganz cool. Ich mag solche Szenen total gerne, wo dann noch so ein bisschen dieses Umfeld so beschrieben wird, vor allem mit solchen Details, das gibt auch mal wieder ein bisschen Leben in die Szene. Ja, wäre schön, wenn es auch zum Rest der Handlung passen würde. Ja, das ist... Aber ich bin da bei dir. Ich mag die Szene, ich mag das trotzdem. Ich finde auch, du hast gerade so ein bisschen die Soundkulisse angesprochen, ich finde trotzdem diese Vulkan-Soundkulisse, ich finde die nicht so schlecht. Man hat schon das Gefühl, das... Nee, nee, das meinte ich auch nicht. Ich habe nur vorher den Vulkan, also das ist auch ganz gut, ich habe aber diese Geräusche, die dabei sind und die hören sich wirklich an wie ein Flugzeug. Ja. Hört nochmal genau hin, also es hört sich wirklich an wie ein Flugzeug, also ich glaube tatsächlich... Sie sind da auch mit irgendeiner Maschine runter. Ja, ja, aber es hört sich wirklich so an, als ob ein Flugzeug über dich drüber fliegen würde und ich habe das, weil das nicht erwähnt wird, weil erst heißt es immer herabsteigen, deshalb dachte ich, diese Vulkan-Geräusche hören sich an wie ein Flugzeug, das wird aber dann klar, nachdem die landen, dass das dann so ein Hubschrauber-Flugzeug-Ding ist. Genau, weil hier man nicht einmal sagt, dass er den Motor laufen lassen soll. Ja, ja, genau. Ja, ja, eben. Ja, ja, dadurch wird es ja klar, aber während sie da runtergehen, wird es nicht klar. Nee, stimmt. Ja, und He-Man legt dann oder soll das Zepter reinlegen, das macht er auch und plötzlich ertönt ein seltsames Geräusch, nachdem das Zepter wieder in die Hand gelegt wird und Manet Arms hat das Gefühl, dass sich der Kosmos öffnet, was auch immer das bedeuten soll. Ja, das Schott der Grotte schließt sich und der Vulkan bricht aus, schnell fliegen sie, also fliehen sie und fliegen dann heraus, während Skeletor mit seinem Mann schon geflüchtet ist und mit Explosionen über den Rand und mit Explosionen und dramatischer Musik fliehen sie dann aus dem Vulkan, der dann ausbricht und ja, das ist dann erstmal die Szene. Also es gibt da schon großes Geknall, das hört sich cool an, ich finde das auch ganz gut, wenn die rausfliegen, dann gibt es noch dieses Krachen, habe so ein bisschen immer den Todesstern im Kopf, der explodiert. Aber das ist genau, ich finde die fliegen nicht raus. Also über den Rand, das hört sich so an, als wenn die klettern. Nee, also die sagen ja sogar noch hier Steuer nach links und sowas. Nee, das ist beim Landen. Nein, also beim Rausfliegen auch. Beim Landen sagt er eben so, ah, da vorne rechts ist die Grotte, fliegt da rum. Dann habe ich es falsch gehört. Beim Rausfliegen kommt das auch nochmal hier, Steuer dorthin und also die fliegen schon mit der Maschine. Ich habe nämlich, diese Diskrepanz hatte ich nämlich schon, dass ich halt im, im Reinen war es mit der Maschine und raus war es dann über den Rand klettern. Ja. Aber vielleicht habe ich mich da verteilt. In Eternis angekommen, stellt man dann fest, dass Skeletor nicht zum Palast zurück ist. Er kommt jedoch Sekunden später mit Hordak zusammen angekrochen. Da, da hatte ich überhaupt kein Zeitgefühl. Ja. Was bedeutet das jetzt? Das kommt gleich nochmal, kein Zeitgefühl zu haben. Aber was, was, was bedeutet das jetzt? Ja, er war nicht wieder da, weil er natürlich da war. Es dauert ja nicht lange. Ist er jetzt nach ein paar Stunden da? Hat es zwei Tage gedauert? Was ist passiert? Das macht ja irgendwie fast den Eindruck, dass die da landen und dann kommt schon Hordak. Ja, das ist ganz, ganz, ganz komisch gemacht. Für mich war das gefühlt, war da so ein Zeitversatz dazwischen. So nach dem Motto, ist alles gut. Das hat mich nämlich errichtigt, dass sie noch nicht mal irgendwie mal prüfen, ob das jetzt erfolgreich war oder nicht, sondern das war einfach so, ja, das Leben geht weiter. Aber Skeletor ist halt weg. Ich finde das halt so komisch, weil der Erzähler sagt, als sie zurückkommen, ist Skeletor mit Hordak, also fällt auf, dass Skeletor mit Hordak nicht in den Palast eingekehrt ist, um wieder auf dem Thron zu sitzen. Und dann labern die schon und sagen, ey, da vorne kommt Skeletor und Hordak. Nee, der Sprecher sagt noch, es dauerte aber nicht lange, bis Skeletor wieder auftaucht. oder so, genau. Es dauerte nicht lange. Ich finde, das ist so unbestimmt. Also ich habe das für mich in meinem Kopf übersetzt mit, keine Ahnung, paar Tage. Echt, für mich klingt das so, als ob die gelandet wären und dann kommen die schon, weil es ja nicht lange dauert. Ja, also ich, für mich war es etwas undurchsichtig und ich glaube auch, also es kam mir auch so vor, als würden die jetzt eine Stunde da sein. Ach, da sind sie ja schon wieder. Naja. Also ich weiß nicht, ich finde das auch komisch gemacht. Vielleicht haben die sich halt auch, die beiden sich eigenartig verantwortungsbewusst gezeigt und haben es ja, sie erzählen ja auch, dass sie in der Beobachtungsstation im Weltraum waren. Da ist ja scheinbar Tag der offenen Tür. Ja, so auch Halunken dürfen da drauf. Da hätte man mehr, wenn der Zauberin da hingeht, dann können die auch hin. Da hätte man für den Erzähler mehr schreiben müssen, mit dem, was Skeletor und Horlach da jetzt machen. Ja. Hat mir nicht gefallen. Denn Skeletor und Horlach berichten dann nämlich, dass es nicht geholfen hat, dass das Zep, dass er, sagt Skeletor, warte, also er sagt, es hat nicht geholfen, dass ich das Zepter zurückgebracht hat. Ja, also er behauptet das wirklich. Die schwarze Sonne rast nämlich weiter auf Eternia zu. Manit Arms fragt noch nach, ob er das Zepter zurückgebracht hat und der Raunste Knochen war auch nur, ich oder ihr. Ist doch unwichtig, es geht um die Sonne. Ja, das war mein Zitat der Folge. Ich musste so lachen, vor allem, weil diesen zwischen dem ich und dem oder ihr kommt noch irgendwie so ein, da grummelt er einmal. Er sagt, ich, also das grummelt ja so komisch weg, das macht er schon echt geil. Ich musste da so lachen und das war, ich meine, Zitat der Folge, ich finde es großartig. Ja, auch Hornak ist verzweifelt. Heiman, hilf uns, wende das Schreckliche von uns ab. Und da kommt nämlich Großkotz Heiman heraus, der schon in der Zelle natürlich behauptet hat, so ja, ob das mit dem Zepter alles hilft. Heiman hat es nämlich schon befürchtet, dass das alles nicht helfen wird. Und hier mal ganz kurz zu dem Punkt, den ich ganz am Anfang noch, als wir den Klappentext besprochen haben. Wir haben jetzt eigentlich schon die Länge gehabt von einer, von mehreren Folgen. Ja. Und jetzt wird auf einmal noch für acht Minuten oder so, so ein Plot irgendwie reingehauen. Ja, vorhin kommt jetzt was, was uns gar nicht im Klappentext erzählt wurde. Und das finde ich halt ganz, ganz komisch. Und dass man jetzt nochmal so einen kompletten Handlungsstrang eben so ein paar Minuten da reinballert. Ich war tatsächlich, ich hab mir die Dauer erstmal gar nicht angeguckt, hab's mir nur angehört und war voll verwirrt, dass jetzt auf einmal noch so ein Handlungsstrang, und das war meine Erfahrung, als ich's jetzt beim ersten Mal wieder gehört habe. Und dann so, hey, Moment mal, was passiert denn da jetzt noch? Ganz komisch, auch das Gefühl, was ich da beim Hören hatte. Ja, bei allen Teufeln der Finsternis, sagt Skeletor, es muss doch einen Weg geben, um uns zu retten. Und Hiemen weiß keinen Rat und ratlos bleiben alle zurück. Skeletor verzieht sich nach Snake Mountain, Hordak zu der artikellosen Fright Zone. Und Hiemen und Tila sehen als letzten Ausweg nur ein Gespräch mit der Zauberin, die sie dann auch aufsuchen. Und die Zauberin kennt keinen Ausweg. Und da kommt Horst Naumann, meine ich nochmal, dazwischen und sagt nämlich genau diesen Spruch. Kommt auch, ja. Ob dann, der vielleicht schönste Planet der Milchstraße. Was komisch ist, dass er auf der Milchstraße ist. Aber gut, ja. Ja, beides. Also den schönsten Planeten und das mit der Milchstraße. Ich dachte auch, die Tönerin in einer anderen Galaxie. Komisch. Ja, sollte auch eigentlich sein. Aber gut. Ja, die Zauberin kennt keinen Ausweg. Sie will aber mit Castle Greyskull TV die Sterne und die Sonne zeigen. Und ich wusste es, sie kann es also doch. Warum nochmal um Himmels Willen dann diese Szene auf der Station ganz am Anfang? Ich wusste gar nicht, dass du das alles hier hast. Du hast vor allem viel bessere Rechner als wir und größere Bildschirme. Ja, ja. Und vor allem wird ja sogar auch etabliert, dass man so weit gucken kann, dass man die schwarze Sonne schon keine Ahnung wie weit sehen kann. Das ist ganz auch wieder ganz komisch. Ja, vier Tage sind es nur noch und die Sonne erreicht Eternia. Da frage ich mich halt auch, wie viel Zeit haben die jetzt vergehen lassen? Irgendwie um weiter was zu machen. Und vor allem dann, wenn es nicht geholfen hat, warum hat die Zauberin die nicht schon vorher gewarnt? Also die scheint auch noch die hat schon länger nicht mehr aufgehängt. Die hatten zu viel Counter-Strike in der Zeit gezockt und hat irgendwann mal wieder auf den zweiten Monitor geschaut. So, ah, oh, Mist. Der ist ja so noch am Start. Also alle Berechnungen der Astro-Computer haben ergeben, dass in vier Tagen schon die Sonne aufprallt. André hat schon gesagt, Tila ist sehr überrascht über die ganzen technischen Sperenzien im Schloss. Ich tatsächlich auch. Ich auch. Ich frage mich, was die Zauberin so nach Feierabend im Internet treibt mit ihren Astro-Computern. He-Man appelliert dann an die Zauberin, dass er sich sicher ist, dass sie nicht tatenlos bei Eternas Untergang zusieht und sie sagt, ach, tatsächlich? Das ist so ein bisschen schnippisch. Voll schräg. Voll schräg. Fand ich auch. Ja, aber die Zauberin wäre nicht die Zauberin, wenn sie nicht noch einen Hoffnungsschimmer hätte. In der Wüste der Zeit, in den Sands of Time, danke für den englischen Unterricht. Das war auch komisch. Naja. Da gibt es noch ein Hilfsmittel und He-Man fasst dann nochmal zusammen, was so in der Wüste der Zeit abgeht, dass dort früher Kraftmenschen gewohnt haben. Ich liebe diesen Ausdruck. noch Ruin übrig sind, dass man durch die Wirbelstürme in die Zeit zurückgeschleudert wirkt und ich mag das tatsächlich, dass man so Bezüge zu älteren Folgen aufnimmt. Auf jeden Fall. Auch die Zauberin sagt, Das mag ich auch, vor allem, wenn es um das Todestor geht. Danke, dass du mir das vorweg nimmst. Sorry. Auch die Zauberin sagt, dass man im Todestor in der Vergangenheit bei den Riesen war und ja, ich finde das cool. Ja, ich mag das Todestor im Gegensatz zu euch. Ich mag das auch. In einer Ruine, die sich im Mittelpunkt der Wüste erhebt, verbirgt sich eine Zeitmaschine. Sie ist das letzte Überbleibsel einer großartigen Zivilisation. Sie könnte unsere Rettung sein. Geht hin und wenn die schwarze Sonne uns erreicht, schaltet sie ein. Nicht zu früh und nicht zu spät, denn schon bald wird sie unter der Last ihres Alters zusammenbrechen. Hier haben wir jetzt so eine Sache, die am Anfang so gut gemacht wurde mit dem Stab, der soll ja eigentlich das Thema der Folge sein, wird total etabliert am Anfang der Folge und es wird gesagt, ah, darum geht es, ah, das ist der Hintergrund davon und hier macht man genau alles, was man am Anfang richtig gemacht hat, falsch. Ach, übrigens fliegt man in die Sense of Time, da ist noch diese Zeitmaschine und es hat mich so rausgerissen, wo ich dachte, warum hat man das am Anfang so cool etabliert in so einer schönen Szene und jetzt haut man noch so einen Handlungsstrang ein paar Minuten rein und ballert mal eben noch so einen McGuffin mit dieser Zeitmaschine raus, das fand ich richtig, tut mir leid, wenn ich das sage, ich sag nicht, ich sag blöd. Die ist auch noch rundum blöd, also nur den ersten Punkt zu nennen ist ja dieses, du hast es gerade schon so betont, ich vermute dir es ist dann auch aufgefallen, es muss genau der richtige Zeitpunkt sein, nicht dass das Ding zusammenbricht, dass er seit Jahrtausenden rumsteht, das könnte genau jetzt zusammenbrechen, nicht weil irgendjemand was macht, sondern einfach, weil man es zu spät aktiviert hat. Ja, die Maschine ist halt schon so alt, die macht er halt nicht dann lange, die ist völlig marode. Ja, aber warum genau jetzt? Weil die Benutzung, die Benutzung führt ja dazu, dass sie dann einbringt. Also sie ist ja nicht genau jetzt marode, sie ist schon die ganze Zeit marode, das heißt, wenn du sie vorgestern benutzt hättest, wäre sie ja auch sofort zusammengebrochen. Nee, aber sie sagt doch nicht zu früh, nicht zu spät, weil sonst würde sie nicht zu früh, nicht zu spät, wenn die Sonne aufprallt. Musst du sie einschalten, weil sie sonst, die Maschine hält nicht mehr lang. Du kannst sie schon so marode sind. Das ist ja der nächste Punkt. Also ich glaube, dass sie sagt schon so, man darf nicht zu lange warten, weil die dann, das heißt ja nicht wegen der Sonne, sondern das heißt, sie bricht unter der Last des Alters zusammen. Ja, ja. Einfach so. Und warum genau jetzt? Es sind Tausende von Jahren, die das Ding da rumsteht. Warum sollte sie genau jetzt zusammenbrechen, einfach so? Aber die wäre vor 100 Jahren auch schon zusammengebrochen, wenn du sie eingeschaltet hättest, weil sie marode ist. Nein, aber ich meine, die Zauberin sagt, nicht zu lange warten, weil dann bricht sie unter dem Last des Alters zusammen. Das sagt sie auch. Weil der Energieaufwand der Benutzung der Zeitmaschine dazu führt, weil die so marode ist, dass man die danach nicht mehr benutzen kann, weil sie dann kaputt geht. Ja, aber dann ist dieser Zusammenhang mit dem, macht sie nicht zu spät an, ist Unsinn. Das ist ja genau das. Ja, zu spät wäre sowieso Unsinn, weil die Sonne draufgeprallt wäre. Ja, dann wäre ich schon erheblich. Das ist so oder so. Aber dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Wie soll denn diese Zeitmaschine überhaupt funktionieren? Ja, das ist eine andere Frage. Da kommt nämlich gleich ganz schnell diese schwarze Sonne da mit rein, die sich aus meiner Sicht überhaupt nicht wie, also ich bin kein Astrophysiker, aber ich glaube nicht, dass die sich wie eine schwarze Sonne verhält. Die verhält sich eher wie so ein schwarzer Komet. Ja, das stimmt alles auch, klar. Viel Sinn steckt jetzt im letzten Dritten hier nicht mehr drin. Vielleicht machen wir an der Stelle wirklich mal den kurzen Exkurs. Diese schwarze Sonne ist so groß, wie uns ja Men's Planet Arms erklärt hat, dass die Sonne zehn Sterne bewegt und aus ihrer Bahn liegt. Ja, nur zehn Sterne. Zwölf sogar. Stimmt, ich glaube es war zwölf. Ja, ich meine auch zwölf. Aber ist egal, die Zahl spielt keine Rolle. Aber auch nur die. Und die Sonne dieses Sonnensystems muss ja offenbar auch von der schwarzen Sonne beeinflusst werden, weil sonst sollte die, warum sollte die Sonne solche Sperrenzke machen? Die freut sich ja nicht so sehr, dass das Zepter aus der Höhle raus ist. Sieht ja nie drauf eingegangen, warum. Genau, wird nicht mehr aufgelöst. Aber dann soll die Zeitmaschine genau in dem Moment angemacht werden, wenn die schwarze Sonne quasi schon kurz vor Eternia ist. Genau, genau. Und aus irgendwelchen kosmischen Gründen hat die schwarze Sonne keine besonderen Auswirkungen auf Eternia, die anderen Planeten oder die ganze Milchstraße, wie es ja auch hier heißt. Das heißt, das wird alles nicht angetastet, nur diese zwölf Sterne und die Sonne und alles dazwischen nicht. Und dann haben wir diese tolle Zeitmaschine, die, wenn wir noch fünf Minuten warten, unter der Last des Alters zusammenbricht. Aber zum Glück machen wir sie ja früh genug an. Und dann lässt sie das ganze Sonnensystem verschwinden, in dem die schwarze Sonne schon ist. Aber aus irgendwelchen Gründen verschwindet die schwarze Sonne nicht mit, sondern fliegt einfach weiter. Das ist eigentlich eine Diskussion, die wir jetzt hätten starten müssen, wenn wir den Plot durchgegangen wären, komplett, weil wir jetzt natürlich jetzt schon alles gesagt haben, was passiert. Und natürlich macht es keinen Sinn. Also da gebe ich dir absolut recht. Das ist, das letzte Drittel macht keinerlei Sinn mit allem, was da passiert. Sorry, da war man round zu früh. Ja, also Skeletor und Horlach werden sogar informiert und fliegen auch mit in die Wüste der Zeit. Genau, das wird auch nicht erklärt, warum die sind informiert worden. Das stand in den Nachrichten. Keine Ahnung. In der Fright Zone aktuell war das drin. Und ich weiß nicht. Da sind sie dann mitgeflogen. Vielleicht fliegen die auch mal mit. Lass mal mitfliegen. In einer Ruine finden sie dann die Zeitmaschine. Sie ist gewaltig und ragt tief in den Boden. Sie haben noch einen Tag Zeit, also knapp einen Tag, um sich mit der Maschine vertraut zu machen und mit dramatischer Musik verstreicht diese. Und die Sonne kommt in der Zeit immer näher und ohne, dass uns erklärt wird, wie, findet T-Man heraus, wie die Zeitmaschine eingeschaltet wird. Das ist alles so konfus, was gerade passiert, dass ich, ich hätte es wenigstens noch cool gefunden, wenn man gesagt hätte, Man at Arms, Skeletor und Hordak, die alle irgendwie so Techniker sind, arbeiten zusammen, um herauszufinden, wie diese Zeitmaschine funktioniert. Aber nein, scheinbar Sieben hier, der Techniker, und der findet es raus. Und vor allem, weil hier, es wird kein Problem etabliert, die funktioniert nicht. Also die funktioniert irgendwie, wir müssen es rausfinden, aber man weiß nicht, was das Problem ist. Und dann findet man auch nicht raus, was die Lösung war. Es wird nur gesagt, ah, wir müssen gucken, ah, wir haben es. Und das, also das ergibt wirklich gar keinen Sinn. Also man erklärt gar nicht, was da passiert. Ganz einfach Rechnung, keine Lösung, kein Problem. Wahrscheinlich, wahrscheinlich stand He-Man die ganze Zeit davor irgendwie und hat immer so drauf gehauen und dann ist ihm aufgefallen, ah, da ist so ein Knopf, da musst du einfach drauf drücken. Naja, He-Man informiert sich dann, wie lange sie noch Zeit haben. Laut Skeletor, Manet Arms, nur noch eine Minute. Das finde ich auch schräge Szene, weil He-Man fragt Skeletor, wie lange noch? Und Skeletor antwortet einfach sofort, Manet Arms sagt, noch eine Minute. Ja, wahrscheinlich hat Skeletor die ganze Zeit das Walkie-Talkie gehalten und war mit Manet Arms am Sprechen. Manet Arms hat seit einem Tag nichts anderes gemacht, als sekündlich Skeletor durchzugehen, die wir zeitig noch haben. Der ehemalige Herrscher von Eternia flippt dann auf einmal richtig nervös aus, Einschalten, Einschalten, oh ihr Teufel und Dämonen, worauf wartest du noch? Und jemand kommt dann auch der Aufforderung einfach nach und mit Motorengeräuschen startet die Maschine, schnell bildet sie Risse und kracht zusammen. Glücklicherweise hat es genau gereicht, so wie Manet Arms informiert Perfung, dass die Sonne weg ist. Sie ist vorbeigeflogen, während man sich für einige Sekunden in einer anderen Zeit befand. Ja, das ist das, was du gerade erwähnt hast und bei mir hinterlässt es nur ein großes Hä? Wie um Himmels Willen? Aber das wird erklärt. Das wird erklärt. Genau jetzt am Ende. Es war gar nicht die Maschine. Ach so, ja, ja, das wird erklärt. Es war Orko. Er ist der Meinung, dass er es gemacht hat, denn er zauberte die Sonne mitsamt Skeletor und Horlag weg. Ja, und tatsächlich sind die beiden nicht mehr da. Aber er hat nur die Sonne und Skeletor weggezaubert und Horlag war auch weg. Skeletor hat sich scheinbar gerade weggehalten. Ja, Horlag ist auch weg. Also, alle zaubern war noch effektiver. Alle lachen darüber und ich finde tatsächlich, das ist die einzig logische Erklärung, die es am Ende gibt. Orko, der Fürst der Schwarzen Sonne. Ja, wie könnte es sonst anders sein? Weil das ergibt doch gar keinen Sinn. Wir schicken Eternia jetzt einmal in die Zeit zurück, aber dadurch ist doch der Planet dann trotzdem nicht weg und muss doch trotzdem von dieser Sonne erwischt werden. Das ergibt alles keinen Sinn. Normalerweise müsste es ja wendende Maschine sein, die Eternia oder das Eternia-Sonnensystem anders verortet auf einmal, anstatt das, das ist wirklich ganz, ganz wirr. Ja, es macht überhaupt keinen Sinn. Und ich denke, es ist ganz genauso, so wie dir, Jörn, dieser ganzen letzten, was sind das, fünf Minuten, sieben Minuten so ungefähr, die sind halt einfach völlig drauf geflanscht und passen nicht zum Rest. Man fragt sich halt, was soll das eigentlich? Ich meine, die Auflösung vorher war schon nicht schön und das ist auch das, was ich gerade meinte. Das war eine schöne Beschreibung der schwarzen Grotte mit dieser schwarzen Kugel und der Hand da drunter. Aber das macht keinen Sinn. Was ist denn die Funktion? Dreht die schwarze, die einzige Erklärung, die mir tatsächlich auf dem Weg zu dieser Aufnahme hingefallen ist, ist, dass die schwarze Sonne, wenn sie einmal losgetreten ist, erst mal eine große Kreisbahn zieht. Und die, der Zepter in der schwarzen Grotte macht, das Zepter in der schwarzen Grotte macht nichts anderes, als sie an ihrer Ausgangsposition wieder festzuhalten. Weil die so große Macht hat. Ich glaube, dass Zepter so große Macht hat, unendlich viel Macht hat. Unendlich viel Macht hat. Francis wollte sein eigenes Herr der Ring geschaffen, wo auch, nachdem der Hauptplot schon eigentlich geschafft wurde, noch dieser ganze Schlussakkord mit dem Du meinst den Kinofilm, wo immer wieder Einblendung kommt. ich meine schon das Buch, wo dann am Ende noch dieser ganze Auenland-Plot kommt, wo Saruman dann quasi herrscht. Und er wollte, dachte sich, ey, wir haben jetzt hier auch eine Geschichte, wo wir den ganzen Plot erzählt haben und jetzt haue ich auch noch mal einen ganzen Plot hinterher. Ich dachte, du meinst die vielen Enden von Rückkehr des Königs, wo immer wieder Abblende kommen und dann geht es wieder an. Als ich damals in Rückkehr des Königs im Kino war, war es tatsächlich so, dass Abblende kam und dann ging es wieder an und im Kino schon irgendwann nach der dritten Abblende die Leute so gemacht haben. Oh. Ich dachte, du spielst auf die Szenerie an, wo alle süß Frodo anlachen und dann Sam noch reinkommt und Frodo so anguckt, als ob er lieber alle anderen aus dem Zimmer schicken will. Ich meine den Auenland-Plot aus dem Buch. Ja, das war... Vielleicht eine Sache, die mir noch aufgefasst ist. Wisst ihr eigentlich, wohin Skeletor und Hordak verschwunden sind? In Vulkan. Mystic Mountains. Snake Mountain. In den Vulkan, in die schwarze Grotte, um sich das Zepter wieder zu holen. Das sollte sie davon abhalten. Das Zepter hat überhaupt keine Funktion. Die Sonne hat die Macht gegeben. Außer, dass es die Macht gibt. Es hat die Macht gegeben. Ja, es gibt, aber es hat offenbar nichts mit der schwarzen Sonne zu tun. Deswegen könnte sich das doch wiederholen. Ja doch, es startet die Sonne, kann es aber nicht mehr zurückhalten. Ja, und die ist doch eh schon unterwegs. Und die ist vorbeigeflogen. Die kommt dann wieder zurück. Glaube ich auch. Apportiert hier, oder was? Ja. Die kommt zum Zepter. Aber auch außer, die ist in der Haltung. Das macht doch keinen Sinn. Außer, die ist in der Haltung. Ich finde, die ist vorbeigeflogen, Skeletor holt sich das Zepter und alle sind glücklich. Also, bis auf die, die unterjocht werden. Ja, das war das Zepter der unendlichen Macht. Und wie fanden wir denn die Sprecher in dieser Folge? Ist euch jemand Besonderes aufgefallen? Fandet ihr jemand besonders gut oder vielleicht sogar besonders schlecht? Ich mochte Koras nicht. Ich fand, Koras wirkte wie ein Nachrichtensprecher. Der hatte... Hast du wirklich schon vorher den Gedankengang gehabt, Nachrichtensprecher? Ja, so ein bisschen. Oder nur durch das, was ich dir am Beginn dieser Aufnahme gesagt habe? Es kann tatsächlich sein, dass mich das jetzt unterbewusst beeinflusst hat, aber was mir auffiel, ist, dass der für mich sehr emotionslos wie jemand rüberkam, der die Zeilen einfach mal eben abliest, so wie ich in der Vierklasse damals... Finde ich irgendwie krass, weil ich das gar nicht so empfinde. Nee, ich fand das auch nicht so extrem. Der ist einfach... Der redet ganz normal darüber, dass er nichts machen kann, weil Skeletor die Macht hat. Und der sagt das meiner Meinung nach auch nicht emotionslos runtergerattert. Ich finde, es wirkt abgelesen. Ich finde, dass es sehr abgelesen wirkt. Aber okay, das ist zumindest meine Wahrnehmung. Vielleicht höre ich es mir auch nochmal an. Aber der ist mir sehr... Also ich möchte den jetzt hier auch nicht diskreditieren, aber er kann mir sehr abgelesen vorhaben. Er hat mir nicht... Es ist ja auch nur eine Szene. Also wenn... Der ist mir auch nicht besonders negativ aufgefallen, aber wenn, dann wäre das eher bei Joachim Richard der Fall als Wache. Weil das... Aber ich meine, das hat der Satz, den man ihm da gegeben hat, die zwei Sätze sind da schon so schwachsinnig, da kann er vielleicht auch nicht viel rausholen. Aber dann schon eher, da fand ich Koras schon passender als... Ich mag Koras nicht. Dann bringe ich jetzt noch was Drittes rein. Also wenn das schon so wirkt, dann ist das bei Karl Walter Dies der Fall. Ich finde, der hat nämlich mega viele Szenen, in denen er einfach völlig lustlos und anteilnahmslos geht in diesem Hörspiel und nicht so richtig mitmacht. Aber ich habe das als tatsächlich auf Man at Arms übertragen. Ich hatte so den Eindruck, dass das irgendwie Man at Arms gerade ist, den alles irgendwie ansägt. Der war immer so ein bisschen anti. Ja, ich finde, also der hat auch ein paar gute Szenen zum Ende hin eher, aber so anfänglich im Hörspiel habe ich das Gefühl, der hatte irgendwie so gar keine Lust zu sprechen. Also dieses so, oh Gott, Eternia, was passiert hier? Genau, die Szene, ich finde zum Beispiel so in der allerersten Szene, wo er selber auch noch nicht weiß, was los ist, ah, ich glaube nicht, das Skeletor, weil da ging es irgendwie noch, aber diese Szene, vor allem, die du jetzt gerade angesprochen hast, da fand ich ihn auch wirklich schwach. Ja. Fand ich auch. Also der gefiel mir da auch nicht. Wer mir tatsächlich richtig gut gefiel in dieser Folge, das ist das Duo Skeletor Hordak. Die beiden finde ich richtig super in der Folge. Auch Erik Faison, du, André, hast das irgendwann schon einmal erwähnt, auch wie gut der da was rüberbringt. Als er ins Verlies kommt. Entschuldigung, in den Kerker. Das finde ich tatsächlich auch. Also der gefällt mir richtig, richtig gut und es hat mich richtig gefreut, dass er auch wieder dabei war. Irgendwie hat er, hat mir Hordak dann so als Buddy von Skeletor ein bisschen gefehlt. Ja. Ich finde, ich finde, das Duo ist halt eigentlich richtig gut. Ja, total. Und ich glaube, ich habe das auch in der letzten Folge schon gesagt, dass nach all den Folgen, die wir hatten und nach all den großartigen Passetti-Szenen, die wir hatten, dass er es in der letzten Folge geschafft hat, mich nochmals zu bezaubern irgendwie einfach. Noch mal neu. Das Comedy-Zeug mit dazu. Und ich finde, das hat er jetzt schon wieder geschimpft. Ja. Das sind so viele Facetten, drin einfach. Also so viele Passetten, wie wir ja auch schon mal entabiert haben eigentlich. So viele Passetten, ja. Sehr gut. Das ist einfach eine wahre Freude und ich finde, jetzt in dieser Folge hat HG Francis ihm halt einfach auch den Gefallen getan, ihm richtig super Dialoge dafür zu schaffen und der holt das Maximum raus. Und das war ja auch in den Folgen vorher so und ich weiß nicht, ob der sich extra in seinen Raum gesetzt hat und gesagt hat, boah, jetzt mache ich mal eben kurz die Skeletor-Lines und das geht mir richtig Mühe. Und dann hast du manchmal so komische Dialoge, die wir ja heute auch angesprochen haben, oder auch Monologe, die ganz merkwürdig waren, die auch irgendwie keinen Sinn ergaben. Also es ist wirklich so, als ob er sich für Skeletor mehr Mühe gegeben hat, sodass ich Peter Bassetti die besten Nines geben kann. Ich weiß es nicht. Tja, wer weiß. Die besten Dialoge hat er definitiv. Also wenn wir uns den ganzen Kerker-Dialog mit den Raketen und dem, ah, ich glaube nicht, dass das so ist. Das ist einfach so ein Zeitstrecker-Dialog. Das macht alles gar keinen Sinn, was er erzählt wird. Das muss einfach nicht sein. Also es hilft der Story einfach nicht weiter. Aber das ist ja schon fast Fazit. Bevor wir dahin kommen, André? Ja, ich hätte noch eine. Tatsächlich fand ich, wir haben noch nicht drüber gesprochen, ich habe so aus dem Vorgespräch habe ich, wir können uns ja das nie ganz verkneifen, wenn wir uns hier treffen vor der Aufnahme schon mal kurz drüber zu sprechen, habe ich so entnommen, dass ihr vielleicht nicht meiner Meinung seid, aber ich fand Leech tatsächlich ganz gut gesprochen. Ne, finde ich auch. Ja? Finde ich auch. Da habe ich überhaupt nichts gegen. Es ging um das, was gesagt wurde, dieser Vasenquatsch da. Was soll das denn? Ne, das ist auch wirklich unzählig, aber ich fand das wirklich erfrischend, wirklich eine monsterhafte Stimme. Leider ist es viel zu wenig. Ich würde mir wünschen, dass Leech sogar noch mehr vorkommen würde, dass man auch wieder so ein bisschen Henchman mit drin hat, ein bisschen mehr. Vor allem vielleicht auch einfach einen Geschichtsbeitrag. Ja, genau, genau. Und er ist dann einfach wirklich in so einer richtig dummen Szene dabei. Genau. Das war jetzt so eine rechte Slapstick-Szene. Ja, genau. Wo er noch so ein bisschen rumnörgelt und dann auf eine Vase gesetzt wird. Und die Szene Leech finde ich selbst gut. Die Szene hätte man halt auch komplett rauslassen können, wenn man das jetzt vergleicht mit einem, ähm, äh, hier, wie heißt der Pelzige nochmal? Chris Lor. Chris Lor. Der hatte ja auch nicht so viel. Entschuldigung, Chris La. Chris La. Der hatte ja jetzt auch nicht so viel Zeit, aber hatte dann zumindest so kausale Effekte in den Folgen, wo er auftritt. Naja. Ja gut, kommen wir doch einmal zur Lore des Ganzen und da kann man eigentlich nur sagen, es gibt nicht so wirklich Neues, ne? Also ich finde die Bezüge zu alten Folgen ganz gut. Ich finde cool, dass man die Wüste der Zeit nochmal beschreibt und dass man sich daran erinnert, dass es da schon so Abenteuer drin gab und so ein bisschen die Geschichte. Was, ähm, mir wirklich Lore-mäßig auf den Sack geht in dieser Folge, ist halt die Sache mit der Zauberin. Das finde ich absolut nervig und dumm. Und sowas von überflüssig, das ist, ich habe an einer anderen Stelle schon mal gesagt, sowas kann einem mal passieren. Wenn man, muss ich ja vorstellen, A.J. Francis, der ist jetzt hier nicht so in diesem Universum drin, auch wenn er es natürlich schreibt, der fühlt sich der ganzen Sache nicht so verhaftet, kann einem mal passieren. Aber, wenn ich das sogar thematisiere in einem Dialog und ich diesen Charakter sagen lasse, das ist jetzt unwichtig, dann ist das Vorsatz und das ist so richtig ätzend. Das ist halt, deswegen kann ich das verstehen. Spätestens da hätte er sich selbst sagen können, ach, weißt du was, ich streiche das jetzt einfach komplett und lass die das schon vorher klären. Ja, genau. In Castle Greyskull, weil vor allem später ist es ja sogar so, dass sie mit ihren Bildschirmen all das zeigt, was sie von dieser Weltraumstation aus gesehen haben. Also es ist völlig unnötig, dass die überhaupt da waren. Die hätten ja trotzdem erwähnen können, dass es die Weltraumstation gibt, damit man später immer noch sagen kann, Hordak und Skeletor waren jetzt da, um sich nochmal selbst zu überzeugen, weil die nicht die Möglichkeit von Castle Greyskull TV haben. Aber den ganzen Rest hätte man sich sparen können und man hätte halt echt das Hörspiel ein bisschen mehr straffen können. Da sind so viele Sachen dran, aber absolut. Ja, das ist so. Ich finde, dass es der dicke Klopper da drin ist, aber auch ansonsten geht man da relativ frei mit dem Kanon um. Ja. Also dieses mit den Fahrzeugen, das haben wir gerade schon lang und breit diskutiert, warum sie sind jetzt ausgerechnet, die nur die Jet Slats, die noch nicht mal überdacht sind. Dann hatten wir es gerade angesprochen mit der Milchstraße und ich hatte schon auch bei dem Sonnensystem hatte ich schon so Vibes. Ich meine, klar, es gibt auch andere Sonnensysteme als unser Sonnensystem, aber irgendwie ist das so eindeutig vorbelegt. Dann hast du Händchen klein und Händchen klein. Händchen klein. Ah, alles überflüssig. Ja. Ja, da ist nicht so ganz so viel Eternia-Zauber drin, aber es gibt auch, wie gesagt, gute Sachen halt, so dass man Dinge verfestigt, die schon gegeben sind, halt was so Ortschaften und sowas angeht. Das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, dann kommen wir doch mal zu unserem heutigen Ranking und übergebe euch das Wort. Wer möchte denn beginnen? André, ich glaube, heute ist Jörn dran. Ich meine auch. Ach, ich bin mir nicht ganz sicher, aber. Ich bin mir sehr sicher, weil ich beim letzten Mal schon dachte, dass er dran ist und dann war er es nicht. Ja, du hast das letzte Mal angefangen, André, das stimmt. Nee, nee, das war gar nicht so. Doch, doch, ich weiß, dass ich mir das noch mal angeguckt habe für unsere Ranking-Liste und ich dann zwischen André und mir noch mal 30 Minuten warten musste. Nee, aber guck, guck, guck noch mal nach, weil eigentlich war das ja hier Folge 19 und guck noch mal nach, ob die Reihenfolge da ist. Es ist in vielen Bereichen eine schwierige Folge. Ich sage mal ganz kurz, dass ich aber auch finde, dass es jetzt vielleicht nicht so ein Komplettdesaster ist, wie bei manchen anderen Folgen. Es gab jetzt einige Pluspunkte, die mir gut gefallen haben. Ich spreche jetzt mal direkt Stratos und Merman an. Das hat mir beides richtig gut gefallen. Leider beide nicht auftreten. Nee, aber das finde ich ja gar nicht so schlimm. Das habe ich ja auch in der Szene gesagt, wo ich dachte, okay, Merman hat jetzt keine Rolle, aber hat jetzt, wenn man das ein bisschen besser erzählt hätte, was er da, dass er selber herausgefunden hätte. Es fühlt sich zumindest so an, als ob es nicht nur reine Erwähnung aus Merchandise-Zwecken wäre. Genau, das ist in die Geschichte eingebracht und auch so dieses Beiläufige mit Stratos, das gibt mir aber so ein Gefühl, dass ich noch so ein bisschen mehr drin bin. Ach, guck mal, Merman war ja auch manchmal mit Stratos. Das sind so diese Worldbuilding-Sachen, die mir gut gefallen. Dann gefiel mir halt, das hatte ich ja schon gesagt, so diese Beschreibung, ah, hier wird hier nochmal gezeigt, wie die Halterung, auch diese Symbolik, auch wenn das dann später eigentlich keinen Sinn erkennt, in der ganzen Sonne, dieses ganze Setting. Aber wenn ich das schon habe, dass ich das so darstelle, das finde ich gut. Ihr hattet jetzt gerade schon diese Referenz angesprochen, mit den Riesen, mit dem Tor. mit dem Tor und das ist halt eine Sache, die mir auch direkt aufgefallen ist, als ich es gehört habe, wo ich dachte, ah, cool. Und das macht so ein Hörspiel einfach lebendiger. Da sage ich, ah, gerne mehr von solchen Sachen. Ich glaube, das ist auch ein Satz, den ich oft sage, gerne mehr von solchen Sachen, wenn man so positive Aspekte mit reinbringt. Und hier sage ich auch wieder, jetzt, wenn ich gerade so diese Beschreibung von Figuren habe, macht es so, macht es nicht so, wie Tila es in derselben Folge gemacht hat. Ah, ich muss jetzt mal eben kurz, äh, in drei Sekunden zehn Namen ganz schnell aufzählen, die gerade ihre Waffen niedergelegt haben, weil das war mehr so, oh, muss ich jetzt nochmal einfach da hin erwähnen. Genau, das ist ein schlechtes Mal. Wo ich dachte, was soll der, was soll der Kappes? Das sagt doch, ah, unsere Helden stehen da, erwähnt vielleicht einen, Ramman und die anderen, keine Ahnung, das ist so. Ja, am Anfang war ja die Folge auch, die ist sehr, sehr gut eingeleitet worden. Ich dachte, boah, krass, hat Potenzial. Ich fand, die Folge hatten richtig, richtig gute Einleitungen. Es gab ein Logikfehler, den du angesprochen hast, verzeih ich, ist nicht so ein Drama. Ich denke so, ey, Stark leitet Folgen so ein. Wenn wir schon so eine ganz neue Geschichte haben, wir haben ja auch oft diesen Magier der Woche gehabt, oder dann halt, und wir haben jetzt hier aber so ein neues magisches Artefakt, aber dann nehmt euch am Anfang die Zeit und etabliert es für die Geschichte. So. Und dann haben wir das Zepter der Zeit auch direkt als Negativpunkt. Das Zepter der Zeit, sag ich schon, das magische, der unendlichen Macht. Der Macht. Der Macht. Das Zepter der Macht. Und es wird so gut eingeleitet, dann wird aber später nie so wirklich erwähnt, was kann das Zepter eigentlich? Macht verleihen. Ja, Macht verleihen. Und Sonnen anziehen. Oh, wir geben jetzt unsere Waffen ab, aber es wird auch nie wirklich von den... Es macht die Sonne ganz ruhig. Es ist halt ein Hörspiel, dann erwarte ich auch irgendwie, dass während Manet Arms, Tila, Battle Cat und Tila, äh, He-Man dort landen, dass dann erwähnt wird, oh nein, ich spüre jetzt, wie die Macht mich beeinflusst. Verstehe ich. Das wird gar nicht etabliert. Und dann ist die, ist das Zepter der unendlichen Macht nicht mal wirklich das Outcome. Das muss dann irgendwie nur weggebracht werden. Und das haben wir auch schon öfter mal gehabt, dass wir irgendwelche Titel haben von Dingen, die am Ende dann gar nicht mehr so diesen, so wie das Roulette zum Beispiel auch. Das Roulette noch weniger natürlich als das Zepter, aber hier hat es eine ähnliche Tendenz. Und das ist eine Sache, die mir gar nicht gefällt. Ich bleibe auch dabei, auch wenn man hier viel Zeit verschenkt hat, man hätte die Geschichte aber auch trotzdem gut erzählen können, man hätte hier wirklich eine Doppelfolge draus machen können, obwohl viel Zeit verschenkt wurde, sage ich, ey, zieh den Plot, wo Skeletor an der Macht ist, wirklich mal länger. Da hat man so viel Potenzial verschenkt. Ich dachte, wow, cool, Skeletor ist an der Macht, was passiert jetzt hier alles in der Folge? Ach, die Sonne kommt da. Hordak sagt auch so, ach ja, hier, die Sonne kommt, ach, jetzt muss ich die Macht abgeben. Und man kriegt überhaupt gar keinen Einfluss von Skeletor mit, da ist so viel Potenzial verschenkt worden. Warum macht man das nicht? Und dann streckt man es vielleicht wirklich über zwei Folgen, wo dann wirklich vielleicht noch irgendeine Gefahr auferlebt. Und jetzt kommt mein allergrößter Kritikpunkt, den ich ja gerade schon angebracht habe, diese letzten acht oder neun Minuten. Was zum Teufel passiert hier? Wenn ich so ein Plot reinbringen möchte, dann nehmt euch Zeit dafür, meinetwegen. Arbeitet es mir aus. Genau, arbeitet es mir aus, macht vielleicht wirklich eine Doppelfolge da aus oder lasst es raus. Ja. Und dann haben wir, das ist ein Kritikpunkt, der da mit reingeht, den hatte ich gerade auch schon mal angesprochen, den will ich jetzt nochmal eben ansprechen, weil mich das so aufregt, durch die schöne Einleitung. Und jetzt haben wir hier diese Zeitmaschine, die einfach mal eben kurz noch erwähnt wird. Ja, die ist übrigens da. Natürlich ist die Zeitmaschine, in den Sands of Time, wo auch sonst. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, was die Zeitmaschine macht mit dem, also ich verstehe einfach nicht, was da passiert. Ja. Es ist alles so unsinnig und wir haben über die ganzen Szenen gesprochen, die nicht wirklich irgendwas weiterleiten. Und wenn wir über gutes Worldbuilding sprechen, muss ich auch schlechtes Worldbuilding ansprechen. Ich war voll rausgerissen, dass die Zauberin irgendwelche Supercomputer mit krassen Monitoren hat und dachte mir, was zum Geier soll das sein? Das ist kein Worldbuilding, wo ich mich reinversetzen kann, sondern die Zauberin, die alles mit Magie macht, hat auf einmal voll die Super-Hard-Und-Software bei sich, um Dinge zu überwachen, die sie scheinbar dann... Er hatte in der letzten Folge schon Infrarotkameras. Ja, die sie überwachen kann, was etabliert wird in der Folge, die sie aber trotzdem nicht überwacht, weil erst Skeletor und Hordak merken, dass die Sonne doch noch weiter hinzukommt. Das ergibt alles keinen Sinn, und da ist so viel Quatsch jetzt am Ende drin gewesen, obwohl die Folge meines Erachtens wirklich Potenzial hatte. Deswegen landet die auch bei mir nicht auf dem allerletzten Platz, aber die Folge war leider jetzt, nachdem wir jetzt wieder so eine steigende Kurve hatten, muss ich sagen, haben wir hier wieder so ein... Also es geht jetzt hier zumindest wieder ein bisschen bergab. Jetzt muss ich einmal kurz gucken, wo ich die Folge hinsetze. Also in den Top Ten hat sie natürlich wirklich stark verfehlt bei mir. Da kommt die jetzt nicht rein. Du sagst, das ist so überrascht. Ja, ich werde dazu gleich bei mir was sagen. Okay. Und wie gesagt, ich habe gesagt, die Folge ist kein Desaster, aber es sind sehr viele schlimme Dinge passiert. Hat auch gute Elemente. Wir hatten auch Folge, die gar keine guten Elemente haben. Und ich würde diese Folge jetzt packen auf die... Ich packe die Folge... Ich glaube, ich lasse eine Eins vorne und ich packe es auf meine neue Nummer 19. Ja, komm, ich packe es auf die... 19... Okay. Nee, ich packe es auf die 17. So, es ist auf die 17. Das ist bei dir dann... Der Herr der Wespen. Zwischen Dämonenpferd und Herr der Wespen. Genau. Okay. Da kommt die rein. Mutig. Weil wir keinen Honig hatten. André, wie sieht es aus bei dir? Ja, das ist wirklich... Ich finde, du hast genau damit aufgehört, auch eingeleitet. Ich finde, die Folge ist schwierig zu bewerten. Ja. Ich fange mal direkt an mit dem ganz, ganz großen Pluspunkt, weswegen es mir schwer fallen wird, in die Regionen abzusinken, in die Jörn die Folge gepackt hat. Ich liebe Folgen, in denen Skeletor gewinnt und dann wieder alles verliert. Ach, du bist mein Herzenskund. Weil das ist halt einfach immer so ein schöner Plot und ich finde, das wird hier, wenn man die ganzen Feder, die wir gerade angesprochen haben, und wenn man das mal rausnimmt, ist das so schön gemacht. Einfach, weil das so relativ schnell passiert und dann so ein absoluter Sieg ist und die Helden sind wirklich machtlos. Das, ja gut, das wird dann auch mitunter wieder durchbrochen, das zählt dann zu den Kritikpunkten, aber ich mag halt diesen Aufriss der Geschichte. Was ich an der Folge auch sehr mag, ist, dass vieles gezeigt wird und nicht erzählt wird. Das ist so viel Show, don't tell. Also auch wenn ich Horst Norman mag, hat er in diesem Hörspiel nicht unbedingt eine bestimmende Rolle. Das ist, was nur Show, don't tell angeht, schon ziemlich zu Beginn, zum Beispiel im Dialog mit Skeleton Hordak, wenn ich das einmal kurz unterbrechen darf bei dir, nämlich mit diesem, wenn Hordak darüber philosophiert und sagt so, ja, das Zepter der Macht, das ist eine Grotte von, niemand kann es finden und das ist so, Skeletor, hast du es gefunden? Das ist nur durch Dialog dargestellt, dass Skeletor irgendeinen schelmischen Gesichtsausdruck hat, dass Hordak es daran erkennt und die Frage noch stellt. Und sowas wird voll oft normalerweise irgendwie von Erzählern sonst erzählt. Das finde ich auch richtig gut in der Folge. Und alles die ganze Vorgeschnitte, da gibt es viele Szenen, wo das dann halt so ist. Das war nur ein Beispiel. Richtig. Das ist richtig schön gemacht. Ich schwäche das so ein bisschen ab, weil ich es eigentlich ein bisschen schade finde. Das geht vielleicht so ein bisschen in die Jörns Richtung. Wenn man zwei Folgen draus gemacht hätte, hätte man Gelegenheit gehabt, auch dieses Abenteuer darzustellen, wie Skeletor und Hordak jetzt dieses Zepter holen. Weil das, da reden die nur drüber, das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht. Skeletor erzählt Hordak, wie sie es machen wollen und in der nächsten Szene hat er es schon. Ja, also es wird nie gezeigt. Aber ich meine, das ist eine Entscheidung, die kann man machen. Hätte man eine Kerker-Szene fürstreichen können. Genau. Hätte man machen können, ja. Und dann wieder so eine Sache, das Zepter der unendlichen Macht, also du hast es gerade schon einmal angedeutet, dass so unendlich ist, die Macht ja offenbar nicht, wenn man damit nicht diese schwarze Sonne besiegen kann. Also ich weiß ja auch, das ist klar genug. Vielleicht, man weiß es nicht so genau, keiner weiß es genau, die Zauberin weiß es nicht. Die haben es ja auch nie versucht, das ist das Gegenmittel. Mit den Zepter das zu machen. Ja, genau. Dann uns, Orkos Zauber versagen, erst mal irgendwie, er kann nicht zaubern und dann plötzlich funktionieren sie wieder. Warum? Warum baue ich einen, einen Geschichtsstrang auf, den ich gleich wieder zerbreche? Das ist das Gleiche wie mit den Fahrzeugen. Warum sage ich erst, nur die Jets sind letztens geschützt, aber ja, dann fliege ich halt mit einem Talentfighter, der ist zwar nicht geschützt, aber der tut es halt irgendwie trotzdem. Das ist halt so schade und das ist dann, du hast gerade gesagt, Jörn, es gibt so Sachen, die du häufiger sagst und ich glaube, das ist das, was ich häufiger sage, dass man so viele Gelegenheiten hat liegen lassen, daraus eine gute Geschichte zu machen. Ich glaube, das sagen wir alle sehr häufig. Aber die gute Geschichte, die ist halt durchaus angelegt, wie ich es halt gerade schon gesagt habe. Ich schaue nochmal gerade, ich hatte es gerade schon mal zwischendurch angesprochen, die Soundkulisse finde ich sehr schön. Also ich kann mir da tatsächlich einen Vulkan vorstellen, auch wenn ich aus, das ist ein ganz komisches Gefühl, das hört sich nicht an wie ein Vulkan, aber trotzdem habe ich einen Vulkan im Kopf, aber es blubbert so ein bisschen irgendwie, das ist schon, es passt schon. Ja, definitiv. Das fand ich nett gemacht. Ja, die Chamberlain-Szene, habe ich gerade schon gesagt, fand ich fürchterlich nervig, das braucht man wirklich nicht. Ich habe wirklich nicht verstanden, das habe ich am Ende auch nochmal gesagt, warum geht Skeletor nicht einfach zurück und holt sich das Zepter, wenn das doch sowieso keinen Unterschied macht, ob das Zepter jetzt da auf der Hand liegt oder nicht. Weil es die Sonne ja anlockt. Es wird überhaupt nicht erklärt, wer oder was ist dieser Drakon, es macht überhaupt keinen Sinn, warum schafft er diese Grotte, nur um dann so erschrocken zu sein, sie gleich wieder zuzumachen und dafür zu sorgen, dass niemand wieder reinkommt. Warum ist diese total mystische Grotte, von der alle wissen, aber die alle schon lange gesucht haben, noch nie gefunden haben, warum ist die ausgerechnet auf Eternia? Warum schenkt Merman Skeletor billigen Tant? Und das, ach, da ist so vieles und trotzdem habe ich so viel Liebe für diesen Hauptplot und für das, was, ich sage es einfach nochmal wieder, was Peter Bassetti aus Skeletor macht an der Stelle. Und er hat halt einfach auch tolle Dialoge geschrieben bekommen. Das alles macht es irgendwie schön. Trotzdem kann ich nicht uneingeschränkt positiv sein bei der Folge, denn ich gebe es gerne mal wieder zu. Ich bin, ich habe, weiß nicht, ob ich, ich glaube, ich habe heute zum ersten Mal es geschafft, diese Folge am Stück zu hören, weil ich sonst vorher mal eingeschlafen bin. Und das tagsüber. Ja. Ganz schön. Es liegt vielleicht auch ein bisschen an der Länge. Das hat das Ganze, das macht diesen wirren Plot am Ende richtig anstrengend. Wenn man immer die Hälfte verschläft und ich denke, was passiert jetzt, wenn wir so im Halbschlaf sind, und du denkst, meine Güte, Naja, aber ich mag es jetzt etwas kürzer. Jetzt muss ich mich langsam... Ich bete, du hast schon länger gesprochen als ich. Nur so nebenbei. Nee, ich sehe die Zeit dafür. Nee, ey, auf jeden Fall. Ich muss langsam zu einer Wertung kommen. Ich habe mir gerade vorsichtig mal so nach unserer Besprechung die Elf aufgeschrieben. Ich bin natürlich dann immer so ein bisschen beeinflusst durch Sörens negative Wertung und glaube auch, dass ich da ein bisschen nach unten justieren sollte. Nur nämlich. Wisst du was? Wisst du, was die Hälfte von 30 ist? Das ist die 15. Ich nehme die jetzt einfach mal. Einfach, das ist jetzt ein bisschen willkürlich. Ich finde, drunter sollte sie nicht sein. Aber ich glaube, ich war sehr viel positiver gestimmt. Wir sind jetzt zum Beispiel bei Skeletors Roulette. Da haben wir uns sehr gefreut. Das war die erste Folge, wo es wieder so ein bisschen bergauf ging. Die hatte auch ihre Probleme. Zwei hatten wir noch gute, ne? Ja, ja. Ja, 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 ja. Okay, alles klar. Vielleicht fangen wir auch an, schon wieder so ein bisschen nitpicky zu werden. Ich weiß es nicht, aber das soll der neue Platz sein. D15. Okay. Bevor mir nachher jetzt irgendjemand vorwirft, dass ich auf denselben Platz gehe. Ich habe meinen schon gewählt und meine Entscheidung hat sich nicht geändert. Er steht hier schon in meinem Dokument drin. Ja, um ganz kurz einmal darauf einzugehen, was Jörn vorhin zu mir gesagt hat, als er die Folge eingerankt hat. Da musste ich irgendwie so ein bisschen schmunzeln. Da meintest du irgendwie nur zu mir, ja, ist das nicht in Ordnung oder sowas gerade? Irgendwas hast du dazu gesagt. Hast du gerade gesagt, die Folge eingerankt hat. Ja, eingerankt. Und das liegt daran, und das finde ich so witzig, jetzt auch von euren Ansichten her, die jetzt gefallen sind. Was diese Folge angeht, wenn man sich so Rezensionen zum Beispiel im Internet anschaut, gibt es da immer irgendwie zwei Lager. Ein Lager, das die Folge herausragend findet und ein Lager, das diese Folge grottenschlecht findet. Und das ist wirklich, es gibt da irgendwie kaum eine Mitte. Deshalb finde ich es ganz cool, dass ihr euch auch eher für so eine Mitte entschieden habt, weil ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Ich sehe, ihr habt eigentlich schon alles wieder zu dieser Folge gesagt. Das muss ich nicht unbedingt alles wiederholen. Ich kann sagen, so wie André, ich finde die Folge irgendwie ganz gut. Ich schlafe sehr häufig dabei ein, schon mein ganzes Leben lang. Wenn ich mein ganzes Leben lang schlafe, ich schlafe bei dieser Folge sehr häufig ein. was dann auch sagen lässt, der Funke springt nicht so richtig herüber. Aber ich finde die trotzdem auch irgendwie in vielen, vielen Punkten gut. Da ist vieles drin, was mir echt Spaß macht. Ein Punkt, der mir nicht gut gefällt ist, und das ist für mich so der allergrößte Kritikpunkt, die Folge ist einfach viel zu lang mit unnützend Zeug. Also das haben wir schon sehr oft hervorgekehrt und ich packe ja schon immer viel von meinem Ranking schon immer in der Erzählung des Reviews rein, wo ich schon immer sehr viele Dinge erwähne, die mir ja auffallen. Vielleicht ganz kurz zu Länge. Wir haben in so vielen Folgen gesagt, es wäre schön gewesen, wenn das und das noch drin gewesen wäre. Genau, und hier hat man den Zeitrahmen nicht. Ja, aber die Länge hat man einfach nicht, weil wir sind hier schon bei 44 Minuten und es geht nicht. Und hier sind einfach noch mal sechs Minuten drauf. Genau, und man nutzt die Zeit einfach nicht. Stattdessen sind da so sinnlose Dialoge drin, wie diese ganze Kerker-Geschichte. Das treibt die Story nicht voran und stiehlt nur Zeit. Dann hast du diese Ungereimtheit mit der Zauberin, die noch auf der Weltraumstation auftaucht, obwohl die schon alles hätte in Castle Greyskull zeigen können. Und das sind so ganze Sachen, die man hätte rausstreichen können. Was ich an dieser Folge aber richtig toll finde, sind diese ganzen klassischen Ansätze. Ich mag diesen Beginn mit Hordak und Skeletor, sowas hatte man schon lange nicht mehr. Dann auch einfach so Details, dass der Erzähler sowas sagt, wie Skeletor, der Herr des Bösen am Anfang, diese Bezüge zu Mermen. Und ich habe das ja schon auch während der Story-Erzählung gesagt. Mir kommt es so vor, als ob das eigentlich eine sehr viel ältere Folge ist, die man da erst herausgebracht hat. Weil die ganz stark in einem Stil ist, die noch in den Zehnerfolgen ist. Und vieles davon auch Ungereimtheiten hatten wir sehr häufig in diesen Filmen. Und da ist einfach so viel drin. Auch was die Charaktere angeht. Es gibt ja irgendwie keine Charaktere, die es nicht auch schon in den Zehnerfolgen gegeben hätte. Und da ist kein Neuer dabei. Die Snakemen werden gar nicht erwähnt, obwohl die zuletzt immer an der Seite von Skeletor waren. Die mussten sich gerade alle häuten. Ja. Was ich auch wirklich ganz stark finde, sind die Dialog stark, die Folge. Die Folge hat sehr viele starke Dialoge. Der Beginn mit Hordak und Skeletor ist sehr dialogstark. Diese Szenerie mit Tila, Man-at-Arms und He-Man und Skeletor zuerst im Palast. Dann noch mal, als sie zurückkehren und Skeletor so hämisch ist, von wegen immer so, ja, ich muss nur das Zepter abgeben. Dann ist wieder alles in Ordnung. Witz in Beinahmen. Genau, das finde ich super gut. Gut, also André hat es ja schon erwähnt. Es wirkt so, als ob Francis mal versucht hat, alle Facetten Passettis, alle Passetten abzurufen. Er darf nämlich böse sein. Er darf Comedy machen. Er darf am Ende traurig sein. Er darf Angst haben. Und das wird alles ganz stark gezeichnet. Das finde ich ultra gut an dieser Folge. Also Folgen, in denen Skeletor sehr, sehr häufig vorkommt, sind bei mir sowieso immer gute Folgen. Also die haben immer einen Stein im Brett. Was mir nicht gefällt, ist ganz zu Beginn natürlich, dass überhaupt nicht auf das Hordak-Skeletor-Verhältnis eingegangen wird. Das fand ich schon immer richtig blöd, wenn ich die Folge höre. Deshalb kommt es mir auch immer so vor, als ob die nicht dazugehört. Also in dieser Reihenfolge. Weil du hast das ewige Feuer. Da gibt es diesen großen Clinch mit Hordak und Skeletor. Hordak versucht Skeletor zu unterjochen. Versucht ganz Eternia zu erobern. Man redet sogar davon, dass ein großer Kampf am Ende mit Skeletor und Hordak stattfindet. Und hier wird am Anfang gesagt, so nach der letzten Niederlage von Skeletor gegen He-Man, ist Hordak ganz überrascht, dass Skeletor so gut gelaunt ist. Und da denke ich mir so, hä, keine Ahnung. Das passt wirklich überhaupt nicht. Das zieht mich tatsächlich immer ein bisschen raus. Was mich auch rauszieht, sind diese ganzen weltlichen Dinge. Hänschen klein. Dann alle meine Entchen, die hier die Internet-Zauberin, die halt mit ihrer Hightech-Ware da die Sterne beobachtet. Thieler sagt sogar Rechner. Ja, Rechner. Das ist ein Wort. Das finde ich sogar sehr erstaunlich, dass es so in den 80ern schon da war. Ich weiß gar nicht. Also, ich war ja sehr jung in den 80ern, auch 87, als dieses Hörspiel rauskam. Also, ich weiß nicht, ob das Wort Rechner da schon so gang und gäbe war, wie man es heute nennt. Vielleicht war es sogar, klar, aber es erscheint mir auch immer so modisch und auch so komisch. Ja, genau. Dann wiederum Skeletor, der sagt, ich habe es mit dem Computer analysiert. Das ist ohnehin eine sehr technische Folge. Wenig Magie, viel Technik. Ja, aber es ist ja meistens so. Selbst die Zauberin. Es ist ja immer alles da, bis auf die Zauberin. Die ist die einzige mit Magie. Ansonsten ist ja immer alles technisch. Dann diese ganzen Referenzen zu alten Folgen. Finde ich super. Todestor wird quasi erwähnt. Die Zauberin erinnert sogar noch mal daran. He-Man, selbst du warst in der Vergangenheit bei den Riesen. Voll gut. Er hat es nur Probleme, wieder zurückzukommen. Und es war ganz schön, dass das Volk der Kraftmenschen auch noch mal erwähnt wird. Genau, auch das wird erwähnt. Weil wir hatten schon mal ein paar Folgen vorher, wo die Kraftmenschen das erste Mal erwähnt wird. Und wir uns gefragt haben, ob damit die Riesen gemeint sind. Und es sind scheinbar unterschiedliche Völker. Das finde ich irgendwie ganz cool. Das gibt dem Ganzen noch mal so ein belebteres Szenario von diesem Planeten, dass nach den Riesen diese Kraftmenschen kamen und jetzt sind nur noch Ruinen da. Also das gefällt mir schon ganz gut. Also man hört raus, ich bin der Folge nicht ganz abgeneigt, finde sie aber auch nicht so super toll, aber auch nicht einfach schlecht. Und es ist keine Top-Folge. Es ist nicht die schlechteste Folge. Es ist haargenaues Mittelfeld. Danke, André, dass du mir das weggenommen hast. Ja, es ist meine neue 15. Ich packe diese Folge zwischen... Guck mal, da sind wir alle nah beieinander. Ja, ja, klar. Also ich packe das Zepter der unendlichen Macht zwischen die Ebene der Ewigkeit und die Rache des Schlangenfürsten. Und damit, finde ich, ist es tatsächlich auch eine ganz, ganz gute Folge. Ja, das stimmt. Und ja, das Zepter der unendlichen Macht hat Skeletor nicht so viel Glück gebracht. Aber vielleicht tut es ja beim nächsten Mal die Pyramide der Unsterblichkeit. Und bevor ich das Wort an André übergebe, der den Schlusssatz sprechen darf, wollte ich noch mal ganz kurz erwähnen, dass wir in eine kleine Sommerpause gehen werden. Aber davon werdet ihr dann zu gegebener Zeit noch ein bisschen mehr hören. Also es wird eine kleine Pause geben, bis wir wieder dabei sind. Und damit beschließen wir den Podcast heute mit der letzten regulären Folge der Masters of the Universe. Was das bedeutet, klären wir beim nächsten Mal. Jörn ist vielleicht gar nicht so bewusst. Er hat die ganze Zeit schon immer von Fortsetzungen gesprochen. Tja, letzte Einzelfolge war das heute, sage ich da nur. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Hau bloß ab, alter Kater. Du hast hier nichts mehr zu sagen. Die Phase schmeiße ich vom Tisch. Naja. So böse bin ich nicht. Jörn, mein alter Kater. Lass mich aufsitzen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017